Kapitel 19 Auf Geheiß der Königin Man muss an dem Jungen ein Exempel statuieren, dozierte Mr. Crouch zum wiederholten Mal. Er hat den Diebstahl sogar zugegeben. Er sollte nach dem Gesetz bestraft werden. Dies wäre dann wohl doch ein wenig übertrieben, Barty, sagte Professor Dumbledore, in dessen Büro Tarsuin gerade saß. Tiki streichelte und geduldig wartete, dass es endlich vorbei war. Das Schlimmste hatte er schon hinter sich. Hagrid hatte ihm nicht glauben wollen, dass er das Ei gestohlen hatte, und es hatte einige deutliche Worte gebraucht, um seine Verteidigung zum Verstummen zu bringen. Hagrid war enttäuscht gewesen, und das hatte Tarsuin wehgetan. Außerdem war er gerade dabei, seinen Fehler wieder gut zu machen, als man ihn erwischte. Trotzdem darf niemand denken, dies wäre ein Kavaliersdelikt, Dumbledore, erklärte Mr. Crouch kalt. Man muss klare Grenzen ziehen, und außerdem hätte selbst ein Jungdrache ihn und andere furchtbar verletzen können. Wir hatten das schon mal vor 50 Jahren, Elvis. Was sich inzwischen, wie Sie sicher wissen, als falsch herausstellte, Barty, sagte der Professor ruhig. Aber Sie wollen doch nicht ernsthaft einen Halbbüchsigen wegen eines minderschweren Vergehens vor Gericht stellen. Ich würde dies gern als interne Schulangelegenheit behandeln. Miss Tanty ist damit einverstanden. Schließlich hat sie das Drachenei unversehrt zurück, und wie wir beide wissen, ging es ihr vor allem darum, dass niemand zu Schaden kommt. Ausgebrütet werden die wenigsten dieser Eier, um die Drachenpopulation gering zu halten. Selbst wenn also Mr. McNamara ein Fehler gemacht hat, ein Verlust wäre nur halb so schlimm gewesen. Es bleibt ein ernstes Vergehen. Und die Strafe wird dem Vergehen entsprechend ausfallen, versprach Dumbledore. Aber schließlich haben wir doch alle in unserer Jugend Fehler gemacht, nicht wahr, Barty? Nicht solche. Ein Bild im Hintergrund räusperte sich ein wenig übertrieben und sehr vorwurfsvoll. Niemand ging darauf ein, doch anscheinend beendete es die Diskussion. Nun, vielleicht sollten wir das wirklich in Hogwarts belassen, sonst macht Kim Korn wieder eine ihrer Geschichten über unsere mangelnden Sicherheitsvorkehrungen. Ich lege diese Angelegenheit also vertrauensvoll in ihre Hände, Albus. Dann ging der Mann mit Schritten, die so regelmäßig waren, dass sie fast an Marschieren klangen. Tarsin war froh, dass er weg war. Crouch erzeugte ein so unangenehmes Gefühl in seinem Bauch, dass er ein wenig an einen Dementor erinnerte, so bar jeder warme Emotionen. Warum lügst du, Tarsuin? fragte Professor Dumbledore, sobald die Schritte verklungen waren. Äh, weil es nötig war, entgegnete er und lächelte zaghaft. Es gibt nötige Lügen? Ja, wann? Wenn der Wahrheit vielleicht nicht geglaubt worden wäre. Und die Wahrheit wäre? Wir haben das Ei in Hagrid's Hütte gefunden. Tarsuin machte eine kleine, fiese Pause, dann fügte er hinzu, aber wir glauben, es war Malfoy, der da was aussteckt hat. Er unterdrückte sein Lächeln nicht, als sein Kommentar von Professor Dumbledore zunächst ausblieb. Aber beweisen könntet ihr das nicht? vermutete der Mann dann. Nein, Theresa hat ihn nur hinter Hagrid's Hütte hervorkommen sehen und er hat ein Motiv. Nur deswegen haben wir da überhaupt gesucht. Und wir, das sind Theresa und Winona? Und Merton? Kein Gedanke, dass Hagrid das Ei gestohlen haben könnte? fragte Dumbledore freundlich. Nein, und sie glauben es auch nicht, behauptete Tarsuin überzeugt. Sie haben ja auch von Anfang an nicht geglaubt, dass ich das Drachenei gestohlen habe. Was hat mich verraten? erkundigte sich Dumbledore offensichtlich bester Laune. Tiki, seit wir bei Ihnen sind, ist sie nicht mehr angespannt. Das habe ich auch bemerkt, lachte der Professor. Das ist wohl ein Kompliment. Ein großes, bestätigte Tarsuin und streichelte Tiki, der den Kopf gerade gelangweilt kurz hob. Und was soll ich jetzt machen? wurde Dumbledore wieder ein wenig ernster. Mich bestrafen, was sonst? zuckte Tarsuin mit den Schultern. Obwohl du das nicht verdient hättest? Zumindest nicht für den Diebstahl. Ja, sonst glaubt doch keiner die Lüge. Und das soll ich unterstützen. Ist Ihnen Hagrid das nicht wert? Glaubst du nicht, dass sich die Wahrheit durchsetzt? Nach wie vielen Monaten Azkaban? Bei einem minderschweren Vergehen? Oder auf einen bloßen Verdacht hin? Würde das nicht immer an dir hängen bleiben? Interessiert mich das? Nein, wahrscheinlich nicht, beendete Professor Dumbledore das Wortgeplänkel. Für einen Moment schien der Mann nachzudenken. Es ging ihm bestimmt furchtbar gegen den Strich, was Tarsuin vorschlug. Würden Sie meine Lüge enttarnen, wäre das Ergebnis sicherlich schlimmer. Für Hagrid und mich, gab Tarsuin zu bedenken. Es würde vor allem so aussehen, als hätte ich einen Grund gehabt, ihn zu beschützen. Den hattest du doch, meinte Dumbledore, und Tarsuin glaubte, ein Lächeln zu hören. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Hagrid wird sicher nicht einverstanden sein, aber ich werde mit ihm reden. Sie müssen es ihm nicht sagen. Und ob ich muss. Es wäre inakzeptabel, wenn er glauben würde, du hättest ihn angelogen. Vielleicht war Tarsuins nächstes Schulterzucken nicht angebracht, aber er fürchtete Hagrids gute Seele ein wenig. Der große Mann war ein furchtbar schlechter Lügner und wahrscheinlich auch zu stolz, um Tarsuins Gefallen einfach so hinzunehmen. Aber sicherlich hatte der Professor recht und er würde sich auch besser fühlen, wenn Hagrid nicht mehr enttäuscht von ihm war. Was deine Strafe angeht, so wirst du dieses nächste Sonnenabendnacht ableisten dürfen, sagte Professor Dumbledore. Und ich bitte dich, es zu hassen. Ich werde mein Bestes geben, versicherte Tarsuin, und danach gab es noch warme Milch und Schokokekse. Wenn das nur Crouch gewusst hätte, ein wundervoller Gedanke. Die folgende Schulwoche war bei weitem nicht so schlimm, wie Tarsuin erwartet hatte. Zwar hatte Professor Flitwick Ravenclaw am nächsten Tag noch einige Punkte für seine Verfehlungen abgezogen, aber schon am Donnerstag war sein Konto wieder ausgeglichen. Allein Professor McGonagall hatte ihm zehn Punkte gegeben, weil seine Hausaufgabe so gut geschrieben war. Auch Theresa, Winona und Merton hatten ein paar Extrapunkte bekommen, die sie sich mit ihren Antworten nicht unbedingt verdient hatten. Weniger angenehm war der Besuch bei Hagrid gewesen, zu dem Theresa ihn an ihrem Geburtstag gezwungen hatte. Der Lehrer hatte sich bedanken wollen und angedeutet, dass er den Ravenclaw-Turm abtragen würde, wenn Tarsuin ihm keine Gelegenheit dazu gab. Es war furchtbar peinlich gewesen, weil er die ganze Zeit gefühlt hatte, dass Hagrid nicht zufrieden mit seiner Lösung war und das eigentlich auch sagen wollte. Nur konnte er nicht die richtigen Worte finden und deshalb war es kein angenehmer Besuch. Am Ende war es auf ein einfaches »Ich hol dir etwas« hinausgelaufen und Tarsuin hatte nur verlegen gelächelt und genickt. Er hatte Hagrid immer gemocht, weil er so nett und offen war, aber genau das macht es bei solchen Sachen ein wenig schwierig. Am Samstagnachmittag dann erhielt er einen Zettel von Professor Dumbledore, auf dem nichts weiter stand als »Mitternacht vor meinem Büro. « Ausgeschlafen Klar, präzise und kaum misszuverstehen. Tarsuin und Tiki waren pünktlich, nur Professor Dumbledore nicht. Aber das störte Tarsuin keineswegs. Er spielte einfach mit Tiki im Gang vor der Tür des Direktors und wartete geduldig. Geschlafen hatte er ja schon. So verging eine Stunde und als Dumbledore endlich kam, erschien er nicht aus seinem Büro, sondern kam von unten die Treppe hier rauf. »Entschuldige, dass du warten musstest, Tarsuin«, sagte Professor Dumbledore. »Es gab einige Dinge zu erledigen.« »Kein Problem«, erwierte Tarsuin und nahm Tiki auf seine Schulter. Obwohl der Professor nicht keuchte, war Tarsuin sich sicher, dass der Mann vor kurzem noch sehr schnell unterwegs gewesen war. Er konnte warmen und kalten Schweiß riechen. »Was machen wir jetzt?«, fragte er. »Einen kleinen Ausflug.« Gemeinsam gingen sie hinunter aus dem Schloss und zum See. Tarsuin blieb erst zurück, als Professor Dumbledore die ersten Schritte in den See machte. »Ähm, Professor«, war Tarsuin unsicher, »ein wenig kalt für ein Bart, oder?« »Oh, stimmt«, meinte Dumbledore, »manchmal bin ich ja auch zu zerstreut.« Ohne nur die Chance zum Reagieren zu haben, kam plötzlich Magie auf Tarsuin zu und hüllte ihn ein. »So, jetzt können wir aber. Hab keine Angst.« Doch nicht vor der realen Welt, mimte Tarsuin den Mutigen und tat einen ersten Schritt ins Wasser. Seltsamerweise wurde er dabei weder nass, noch wurde ihm kalt. Es war, als wäre er an der Luft, nur, dass er den Widerstand des Wassers beim Gehen fühlen konnte. »Kann ich auch im Wasser atmen?«, fragte er trotzdem zur Vorsicht. »Nur, wenn ein Genie den Zauber gesprochen hat«, antwortete der Professor verschmitzt und Tarsuin hörte ihn ins Wasser tauchen. »Und was ist mit Tiki?«, rief Tarsuin hinterher, doch es kam keine Antwort. »Na, das kann ja heiter werden«, murmelte er frustriert. »Was denkst du, Tiki? Vertraust du unserem, Genie?« Statt einer Antwort sprang Tiki von seiner Schulter in die Kapuze seines Umhangs. »Okay, es ist ein feuchtes Begräbnis. Oder unseres.« Also ging er weiter ins Wasser, holte noch einmal sinnloserweise Tiefluft und taugte dann unter. Das Atmen wurde etwas schwerer und die Geräusche veränderten sich. Tikis liebkosender Kopf sagte ihm, dass mit ihr alles okay war, aber er spürte auch, dass die ungewohnte Umgebung sie ein wenig verunsicherte. Tarsuins Hand wurde ergriffen. »Lass mich dich ziehen«, sagte die verzerrte Stimme des Professors. »So können wir ein wenig Zeit aufholen.« Ein wenig ist gut. Tarsuin konnte nicht genau feststellen, wie schnell sie durch den See schossen, aber wenn das Wasser wie ein Wildbach rauschte, dann war es sicher nicht langsam. Keine Minute später waren sie da, wo immer dieses Da auch sein mochte. Und sie waren nicht allein. »Hier trennen wir uns«, sagte Professor Dumbledore. »Mein Zauber hält sechs Stunden. Mehr oder weniger. Verbringe die Zeit, wie du willst. Ich hab noch einige Dinge zu organisieren.« Tarsuins Hand wurde losgelassen und plötzlich hing er ohne Orientierung im Wasser. Der Zauber schien sogar zu verhindern, dass er einfach nach oben schwebte. Rings um sich herum fühlte er Bewegung, neugierige Blicke, wispernde Stimmen. »Sangium?« fragte er vorsichtig. »Großer Sucher?« »Entschuldige Ihre Blicke«, sagte eine Stimme, und eine klitschige Hand berührte ihn angenehm an der Wange. »Sie kennen dein Tierchen nicht und Blindheit begreifen sie nicht.« Tarsuin musste entgegen seiner üblichen Reaktion lächeln. Es waren keine direkten Erinnerungen, aber er fühlte sich wohl hier. Es war vertraut, angenehm. »Schwimmen wir«, bat Tarsuin aus einem Empuls heraus und streckte die Hand aus. »Wie früher«, versprach Sangium, und Tarsuin fühlte seine kalten Finger mit den Schwimmhäuten an seiner Haut. »Hab keine Angst.« Diese Versicherung war dringend nötig, denn plötzlich wurden auch seine Beine ergriffen und fühlten sich wie zusammengebunden an. »Was macht ihr da?«, fragte er und war kurz davor, sich dagegen zu wehren. »Wir zaubern dir Flossen«, erklärte Sangium. »Wie früher halt. Weißt du noch, wie es geht?« »Leider nein.« »Dann versuch es einfach. Das Wasser wird dich fühlen, wenn du darauf hörst.« Das war leichter gesagt als getan. Tarsins Beine wollten nicht im Gleichtakt rauf- und runterschwingen, und sein Rückgrat, sonst recht biegsam, war einfach zu unflexibel. Doch zwei helfende Hände und eine beruhigende Stimme sorgten dafür, dass er sich nach und nach daran gewöhnte. Ja, es machte sogar Spaß. Man konnte Bewegungen schaffen, die an Land niemals möglich waren. Loopings, Schrauben, eine Mischung aus beiden, bis man nicht mehr wusste, was oben oder unten war. Es war aber auch anstrengend, und nach einer Stunde tat ihm alles weh, und wieder schien Sangium genau zu wissen, wie man Tarsin eine Freude bereiten konnte. »Sie«, sagte der Wassermensch, und führte Tarsins Hände zum Steinen auf dem Meeresgrund. »Die Zentauren schauen zum Himmel, um die Zukunft zu sehen. Die Menschen sehen nur sich selbst und wissen nicht, wohin sie schauen sollen. Doch wir hier unten, wir wissen, wonach wir wirklich suchen müssen, ist nicht die Zukunft. Alles, was wichtig ist, liegt in der Vergangenheit.« »Ich verstehe nicht«, sagte Tarsin ehrlich. »Die Steine waren glatt und unglaublich schön geformt, aber deshalb bekam er keine Vision.« »Wasser ist Wissen«, erklärte Sangium geduldig. »Alles hier unten ist ein Zeuge der Vergangenheit, und das Wasser legt seine Wahrheit frei. Schleift die Kanten ab, zeigt seine wahre Gestalt.« »Aber irgendwann zerfallen sie zu Staub, oder halt Sand.« »Sie existieren so lange, wie ihr Wissen wichtig ist. Schau.« Eine Kette wurde in seine Hand gelegt. Er konnte einen kleinen, herzförmigen Anhänger fühlen. »Was ist damit?« »Es kam zu uns um den Hals der Frau, deren Skelett hier neben uns liegt. Vor mehreren hundert Jahren.« Es war der erste Moment an diesem Tag, an dem Tarsin sich wirklich unwohl fühlte. »Warum zeigst du mir das? Das ist gemein.« »Es ist nicht gemein. Du musst keine Angst vor dem Tod haben. Vor allem, wenn er so lange zurückliegt. Er gehört zum Leben, und das solltest du nicht fürchten.« »Das hättest du mir auch so sagen können, Sangium.« »Nein, denn ich wollte dir damit etwas anderes zeigen.« »Sie wurde nicht ermordet, wenn du das denkst. Sie war eine alte Frau, als sie starb, und sie wollte hierbleiben.« »War sie ein Mensch?« »Ja.« »Warum wollte sie dann hierbleiben?« »Weil sie ein meines Volkes liebte, ihr gesamtes, langes und glückliches Leben.« »Eine Tatsache, die die Menschen der Oberfläche, so wie auch wir vom Volk gern verdrängen.« »Warum?« »Wir finden uns optisch abstoßend, gegenseitig, und trotzdem kann es zwischen uns Liebe und Zuneigung bis zum Tod geben.« »Was vielen nicht gefällt.« »Ah, das ist so ein Blut- und Rassending, nicht wahr?« vermutete Tarsuin. »Ich dachte nicht, dass es das auch hier unten gibt.« »Dummheit ist überall zu finden. Das ist kein Privileg der Oberflächler«, sagte Sangium, und seine Hand strich sanft über Tarsuins Haare. »Was war mir der Anblick deiner Eltern zuwider, als wir ihnen begegneten. In meinen Augen waren sie hässlich, widerwärtig und einfach nur abstoßend, genauso wie deine Schwester. Nur als du dann kamst, war es anders. Du warst so klein, so hilflos. Deine Haut war glatt wie die unsere. Keine hässlichen Haare verunstalteten dich, und wie bei unseren eigenen Kindern war dein Mund zahnlos. Du machtest keinen Unterschied zwischen uns und deinen Eltern, und deshalb nahmen wir dich bei uns auf. »Ihr habt mich aufgenommen?«, war Tarsuin erstaunt. »Was war denn mit meinen Eltern?« »Sie waren mit dir überfordert.« »Das war Tarsuin neu.« »Überfordert? Sie haben mich weggegeben, weil sie ein wenig überfordert waren?« »Nicht nur ein wenig. Und sie haben es erst getan, nachdem du sie beinahe alle umgebracht hast.« »Ich soll was haben?«, war Tarsuin aufgebracht. »Nun beruhige dich. Haben sie dir das denn nicht erzählt?«, fragte Sangium erstaunt. Tarsuin nahm sich die Zeit, einmal tief durchzuatmen und nachzudenken. »Hab ich denn schon als Baby alles um mich herum zerstört?«, fragte er dann. »In Brand gesetzt trifft es eher. Immer wenn du weintest, ob aus Hunger, weil die Windel nass war, oder aus irgendeinem anderen Grund. An manchen Tagen mussten deine Eltern drei oder vier Brände löschen. Eines Nachts jedoch waren sie zu erschöpft, und der Rauch eines Feuers betäubte sie. Es war nur Zufall, dass meine Frau dazukam und ihr überlebt. Deine Eltern erholten sich schnell von dem Schock, doch deine Schwester ging es sehr schlecht, und weil sie nicht mehr weiter wussten, nahmen wir dich auf. »War ich denn für euch nicht gefährlich?« »Kaum, denn mit uns lebtest du im Wasser, und das Wasser ist mächtiger als das Feuer. Du konntest nichts anzünden, und unsere wichtigste Pflicht war nur, daran zu denken, rechtzeitig die Zauber zu erneuen, die dich uns leben ließen. Aber ein paar Verbrennungen haben wir uns auch eingefangen.« »Das tut mir ehrlich leid,«, flüsterte Tarsuin, und sein Ärger war schon wieder verflogen. »Irgendwann wurde es dann besser, oder?« »Nach gut einem Jahr ungefähr. Du wurdest älter und begannst zu verstehen, dass es böse war, anderen in Brand zu stecken. Und sobald du das begriffen hattest, warst du wirklich ein liebes Kind. Niemand hatte mehr Probleme mit dir.« »Und wie habt ihr das geschafft?«, erkundigte sich Tarsuin. »Ich mein, ein Baby versteht doch kaum den Unterschied von Gut und Böse.« »Nun, bei dir hat sich Wasser in der Nase bewährt,« sagte Sanktium freundlich. »Niemand mag das, und du warst keine Ausnahme. Es war nur viermal erforderlich, dann war dir klar, dass es in deiner Nase brannte, wenn du Feuer gelegt hast. Ich gebe zu, das war nicht nett, aber auch wir wussten uns nicht anders zu helfen.« »Ich war wohl nicht ganz pflegeleicht,« meinte Tarsuin dazu. Wasser in die Nase geträufelt zu bekommen, klang zwar nicht so angenehm, aber er konnte sich auch nicht daran erinnern. »Nein, warst du nicht. Es hat uns fast das Herz gebrochen, als deine Eltern mit dir gegangen sind.« »Wie lange haben wir unter Wasser gelebt?«, fragte Tarsuin neugierig. »Fast zwei Jahre,« entgegnete Sanktium. »Schade, dass wir nicht geblieben sind,« fand Tarsuin. »Das hätte uns einiges erspart.« »Nein, dies wäre nicht möglich gewesen. Die meisten Oberflächler braucht die Sonne, den Wind und etwas, das ihre Weite nennt. Man sah es deinen Eltern und deiner Schwester an, dass sie das vermissten.« »Sie waren sicher auch recht traurig, weil ihre Kinder so missraten waren,« sagte Tarsuin leise. Er wusste, dies war eine fiese Aussage, denn bisher hatten seine Eltern ihm keinen Anlass dazu gegeben. Schließlich konnte ihre Tochter nicht zaubern und der Sohn war ein lebendiges Feuerzeug. »Wer hat dir denn das eingeredet?«, fragte Sanktium richtiggehend entsetzt. »Hör nicht auf die. Mag sein, dass deine Eltern kein gesetzestreues Leben führten und sicher waren ihre Beweggründe dafür auch eher niedere Begehrlichkeiten, aber euch beide haben sie geliebt. Sie haben deine Schwester umsorgt wie eine Prinzessin und auch mit dir so viel Zeit verbracht, wie sie nur konnten. »Lass dir also nicht erzählen, dass deine Eltern euch nicht geliebt hätten.« Tarsuin wagte nicht zuzugeben, dass es eine Stimme in seinem Kopf war, die ihm des Nachts solche Sachen zuflüsterte oder schrie. »War nur so ein dummer Gedanke,« gab er stattdessen zu. »Ich kenne sie ja kaum.« »Dann hör nicht auf andere, sondern beurteile sie nur nach dem, was sie sagen und tun.« Das gab Tarsuin einiges zum Nachdenken und weil ihm die Widersprüche in sich selbst nicht gefielen, ließ er das Thema fallen. Sanktium tat ihm netterweise den Gefallen und zeigte ihm noch andere Orte im See. Sie besuchten den Kraken und seinen Kindergarten, fingen einen Fisch, den sie roh mit seltsamen Algen als Gewürz verspeisten und schwammen in eine Wassermenschenschule, in der keine Schüler waren, weil die gerade schliefen. Es war sehr schön und die Zeit verging viel zu schnell. Aber so war das wohl immer, wenn man etwas gerne tat. Da Professor Dumbledore schon lange weg war, was auch immer er hier überhaupt gewollt hatte, es war wohl schnell gegangen. Wachte Sangli um Tarsuin zum Rand des Sees. Trotzdem hielt er seinen Kopf noch unter Wasser, um vernünftig reden zu können. »Das war toll,« sagte Tarsuin ehrlich. »Können wir das wiederholen?« Tiki gab einen sehr unglücklich klingenden Laut von sich. »Im Sommer, wenn du willst und darfst,« versprach Sangli um und wieder berührte er sanft Tarsuins Wange. Und erneut war es ihm innerlich überhaupt nicht unangenehm, obwohl die Berührung an sich kaum so genannt werden konnte. »Ich werde Rika fragen, sie hat sicher nichts dagegen. Du kannst sie auch mitbringen, genau wie deine Eltern, ihr seid hier alle eingeladen. Ich werde so lange betteln, bis Rika es mir erlaubt,« versprach Tarsuin. »Meine Frau und ich würden uns sehr freuen, auch unsere Kinder. Eine Tochter hast du ja schon kennengelernt.« »Hab ich?« »Ja, sie brachte dich zu dem verrückten Erfinder nahe Atlantis. Sie meinte, du wärst ein sehr vorlauter Junge.« »Wie klein das Meer doch ist,« fand Tarsuin. »Nicht doch, ich hab sie dir geschickt, damit du sicher bist und weil sie dich kennenlernen wollte. Ich hab wohl zu viel von dir geschwärmt.« »Das hätte aber auch schiefgehen können,« sagte Tarsuin ernst. »Was wäre gewesen, wenn ich so ein Arsch wie Laurent geworden wäre?« »Darüber nachzudenken lohnt nicht,« erwiderte Sangli um. »Es zählt nicht.« »Sicher?« »Ja.« »Dann sehen wir uns also erst im Sommer,«, fragte Tarsuin traurig. »Ich kann nicht das ganze Jahr hier herumschwimmen,« erklärte Sanglium. »Aber wenn du Hilfe brauchst, ruf in den See, und ich bin mir sicher, man wird es mir ausrichten. Es wird halt nur einige Tage dauern. Kann ich dir irgendwie schreiben? Ich schätze, Eulen kommen nicht lebend bei euch an, oder?« Eine Flasche, ein Korken und eine gut von außen lesbare Adresse. Sanglium, Atlantik, das Dorf nahe Rocco. Und vergesst nicht, die Flasche so zu beschweren, dass sie auch untergeht. »Versprochen.« »Und nun geh. Dein Hogwarts erwacht schon, und soweit ich weiß, musst du sehr traurig und geschafft erscheinen, nicht wahr?« »Oh ja, stimmt,« fiel das Tarsuin ein. »Ich muss diesen Ausflug ja hassen.« »Ähm, auf Wiedersehen.« Und ehe er es sich versah, versuchte er Sanglium zu umarmen, was mit ein wenig Hilfe auch klappte. Dann riss er sich los und stieg aus dem Wasser. Kaum draußen begann Tiki zu schimpfen. Ihr war es zu kalt, zu feucht, zu geruchsarm und vor allem zu beängstigend gewesen, unter Wasser gefangen zu sein. Tarsuin versuchte einen ersten Schritt und klatschte lang ins Wasser, das jetzt nass und furchtbar kalt war. »Was zum Teufel?«, fluchte er und fischte dann lachend Tiki aus dem kalten Nass. »Ich muss dran denken, zu gehen und nicht mit der Flosse zu schlagen.« »Ja, ich weiß, du bist nass geworden, tut mir leid.« So gut es ging, trocknete er Tiki und steckte sie dann unter den Umhang, Pullover und Shirt. Sie war in Sache Kälte sehr empfindlich und es war wohl am besten, sie so schnell wie möglich ins Warme und Trockene zu bekommen. Also war es am besten, hoch in den Turm zu tropfen. »Etnot, weh, Etnot, weh!« Eine Gruppe von Menschen näherte sich im Synchronlaufschritt. Vom Klang der Sprache her waren es wohl die Durmstrangs. Tarsuin wollte warten, bis sie vorbei waren, doch der, der diese zwei andersartigen Worte immer wieder wiederholt hatte, blieb vor ihm stehen. »Brauchst du Hilfe?« fragte die berühmte Stimme von Viktor Krum. Im Hintergrund begannen ein, zwei Jungs zu lachen, verstummten aber erstaunlich schnell. »Nein, alles okay«, sagte Tarsuin möglichst ruhig und versuchte, verlegen auszusehen. »Das ist Teil meiner Strafe.« »Du solltest dich abtrocknen gehen«, rief ihm Krum. »Sonst erkältest du dich.« »Ja, gute Idee«, tat Tarsuin so, als wäre das ein völlig neuer Gedanke für ihn. »Danke.« Das mochte vielleicht ironisch klingen, aber es war nicht so gemeint. Er fand es erstaunlich, dass der junge Mann sich um sein Wohlergehen sorgte, wo doch wenig schmeichelhafte Geschichten über Durmstrang kursierten. Von den dunklen Künsten und ihrer Anwendung war da immer die Rede. Tarsuin hatte angenommen, dass damit auch eine gewisse Kaltherzigkeit verbunden war, wie er sie bei Karkaroff gespürt hatte. Victor Krum wirkte jedoch eher freundlich. Die folgende Woche waren er und Tiki krank. Tarsuin hätte wetten können, dass sie ihn absichtlich angesteckt hatte, um nicht den halben Tag allein sein zu müssen. Schließlich war es ihm zunächst gut gegangen. Doch dank Madame Pomfrey war das alles halb so wild. Ein paar schlecht schmeckende Tränke, eine Salbe auf der Brust und schon am dritten Tag musste er wieder Hausaufgaben machen und Bücher lesen. Nur Besuch durfte er nicht empfangen, solange er ansteckend war. Aber das ging vorüber und schon bald näherte sich Weihnachten und der dazugehörige Ball. Inzwischen wurden auch offizielle Tanzstunden angeboten, damit sich kein Schüler blamieren musste. Tarsuin und Winona nahmen nicht daran teil. Sie wollten nicht schon im Vorfeld irgendeinen Verdacht aufkommen lassen und so mussten die privaten Lektionen mit ihren Tanzpartnern reichen. Tarsuin zumindest mochte es. Es lag etwas Schönes, Fließendes in den Bewegungen und Lisa war wirklich gut darin. Selbst Winona wurde besser, wenn auch langsamer. Sie führte schon ganz gut, schaute aber immer wieder auf ihre Füße und dann stießen manchmal ihre Köpfe zusammen. Aber es gab auch etwas, das Tarsuin beim Üben problematisch fand. Lisa und Morick hatten sich anscheinend vorgenommen, sie auf sämtliche mögliche Musik vorzubereiten und da gab es etwas, das die beiden Klammerblues nannten. Theoretisch der einfachste Tanz von allen, wenn dann nicht das Entfernungsproblem gewesen wäre. Er schaffte es nicht, den vorgeschriebenen Abstand, nicht vorhanden, einzunehmen. Zu weit entfernt sah aber laut Lisa richtig dämlich aus und so versuchten sie es immer mit der züchtigen Handbreite Entfernung. Mit dem Ergebnis, dass es eher ein Krampf als ein Tanz war. Aber davon abgesehen, waren sie eine Woche vor Weihnachten vorzeigbar, wie Morick sich ausdrückte. Was jedoch erst drei Tage vor den Ferien wirklich stimmte, denn da bekam Tarsuin ein Paket von Rika, in dem seine Festkleidung steckte. Es war nicht gerade so, dass er in Jubelstimme deshalb aussprach. Zum einen, weil er es heimlich für Geldverschwendung hielt, zum anderen, weil er nicht wusste, wie man diesen ganzen Kram anzog. Am Ende war er so verzweifelt, dass er sich wieder in seine normalen Klamotten schmiss und in den Gemeinschaftsraum ging. Viele Leute waren nicht da. Von denen, die da waren, kannte er nur Merton und Luna näher. Da er Mertens Spott nicht ertragen wollte, wandte er sich an Luna. Hi, äh, Luna, sagte er verlegen und sehr leise. Hi, entgegnete sie kurz angebunden. Ähm, könntest du mir beim Anziehen helfen? Ich bin da ein wenig übervor. Nein, sagte Luna einfach, packte ihr Zeug zusammen und ging davon. Tarsuin blieb völlig verdattert zurück. Ich verstehe nicht, was sie die letzte Zeit hat, murmelte er traurig. Das kann ich dir genau sagen, verkündete Merton und schlug ihm kumpelhaft gegen das rechte Schulterblatt. Und? fragte Tarsuin, als Merton nichts erklärte. Also, dass du das nicht begreifst, tat der andere Junge mitfühlend. Du hast dir wehgetan, weil du dich für Winona entschieden hast. Hä? brachte Tarsuin nur hervor. Wann hab ich denn das? Sei nicht so begriffsstutzig. Luna hatte dich doch auch zum Ball eingeladen. Und? Du hast Nein zu ihr gesagt. Ich verstehe immer noch nicht. Mein Gott, bist du heute doof. Aber dafür kannst du eigentlich nichts. Deshalb erkläre ich es dir. Luna hat dich doch zuerst gefragt, oder? Ja. Und mit welcher Begründung hast du abgesagt? Naja, ich wollte eigentlich Weihnachten zu Hause feiern. Genau, sie hat das akzeptiert. Aber jetzt gehst du mit Winona doch zum Ball. Aus Lunas Sicht bedeutet das, dass du sie entweder angelogen hast, um nicht mit ihr auf den Ball gehen zu müssen, oder aber, dass du deine Meinung für Winona geändert hast. Ich hab sie nicht belogen. Das kam doch alles nur, weil Winona so einen Aufstand gemacht hat. Also hast du deine Meinung geändert, was aber bedeutet, dass Lunas Einladung Priorität hätte haben müssen. Zumindest sieht sie das so. Aber ich wollte sie nicht, versuchte Tarsuin sich zu verteidigen. Hey, ich geb dir keine Schuld, unterbrach Merton mitleidig. Egal, was du gemacht hättest, eine wäre definitiv beleidigt gewesen. Das ist einfach dumm gelaufen. Aber ich mag Luna, meinte Tarsuin traurig. Vielleicht drängt sich das Ganze im nächsten Jahr wieder ein, sagte Merton, wenn der Ball vorbei ist. Aber das liegt im Grunde nicht in deiner Hand. Warum? Weil sie wollen muss. Hey, Luna ist trotz allem ein Mädchen. Kann sein, dass dir das nicht so bewusst ist, aber die sind alle ein wenig gaga. Nur, dass sie es nicht so rauslässt wie Winona. Und was denkst du, soll ich machen? Fragte Tarsuin frustriert. Lass dir nicht auch noch mit Winona versauen, sagte Merton sofort. Mach ihr einen schönen Abend. Sie freut sich extrem drauf, und wenn sie das dir gegenüber nicht mehr so zeigt. Laut Cassandra probiert sie jeden Abend ihr Kleid an, nur damit sie sicher ist, an Weihnachten auch reinzupassen. Und wahrscheinlich, weil sie ihr Spiegelbild mag. Am Ende sind sie doch alle gleich. Tarsuin traf eine Entscheidung. Ich habe ein Problem mit meinen Sachen für den Ball, gestand er ein und wappnete sich schon mal gegen Mertens Spott. Hilfst du mir? Klar, damit bist du bei mir an der richtigen Stelle, entgegnete der Junge und sie ging in Tarsuins Zimmer. Dabei war Merton anscheinend überhaupt nicht dazu aufgelegt, sich über Tarsuin lustig zu machen. Stattdessen lernte Tarsuin eine Fliege zu binden, wie der Kragen und die Knöpfe zu sitzen hatten und dass ein Taschentuch nicht nur zum Reinrollen Trotzen war, sondern auch ein Accessoire darstellen konnte, das dekorativ aus der linken Tasche seiner Weste lugte. Wie sieht es aus? fragte Tarsuin unsicher. Verboten, lachte Merton. Deine Schwester hat gut gewählt. Du siehst nicht übertrieben ausstaffiert aus, aber trotzdem recht elegant. Du solltest dankbar sein. Sie will Fotos, erzählte Tarsuin ein wenig unglücklich. Meine Eltern genauso. Bei dem Aufwand? Verständlich. Ich hoffe, sie haben auch an die anderen Vorbereitungen gedacht. Andere? fragte Tarsuin erstaunt. In Ricas Brief hatte nur gestanden, dass sie sich sicher war, er würde der schönste Junge auf dem Ball sein. Ja, klar. Sag bloß, deine Schwester hat den restlichen Kram vergessen, war Merton entsetzt. Naja, sie war auch noch nie auf einem Ball, verteidigte Tarsuin Ricas. Dann hätten deine Eltern ruhig mal aushelfen können, gab Merton nicht nach. Tarsuin fühlte sich nicht gemüßig, die auch zu verteidigen. Und bei was? fragte er. Na, bei den anderen kleinen Dingen. Du brauchst zum Beispiel einen Ballstrauß für Lisa, damit es echt aussieht. Beim ersten Tanz hält man den dann gemeinsam in der Führungshand und nachher kann man mit dem Ding seinen Sitzplatz und die Gläser markieren. Den kann ich noch besorgen, war sich Tarsuin sicher. Klar, aber nur, weil du jetzt davon weißt. Brauch ich sonst noch etwas? Ein Geschenk natürlich, weil Weihnachten ist. Ich hab eins für Winona, versicherte Tarsuin. Nicht so ein Geschenk, bemürten anscheinend langsam am Verzweifeln. Was Kleines, das du ihr auf den Ball geben kannst, zusätzlich. Etwas, das man einem Mädchen schenkt, welches man sehr mag. Schmuck kommt da immer gut. Muss nichts Teures sein, nur hübsch und was Liebevolles. Woher weißt du darüber so viel? fragte Tarsuin. Ich gehe gern in den Ferien aus, erklärte Merton und fügte dann leiser hinzu. Und außerdem hab ich meinen kleinen Schwestern immer abends diese furchtbar gefühlsduseligen Geschichten vorgelesen, in denen der Prinz die Bettelmaid und die Prinzessin den Poolboy heiratet. Das würde ich nicht gerade verlässliches Wissen nennen, von Tarsuin. Keine Sorge, ich hab alles an den Ladies getestet und du erhältst nur die bewährtesten Tipps. Gibt es denn noch mehr? erkundigte sich Tarsuin und fürchtete schon die Antwort. Natürlich, aber im Grunde gibt es nur eine wirklich wichtige Regel. Egal was kommt, Wynonna muss sich durch dich immer wie die Ballkönigin fühlen. Und wie mache ich das? Na, indem sie die ganze Zeit der Mittelpunkt für dich ist. Wenn sie tanzen will, tanze. Biete dich an, die Getränke zu holen. Lass dich nicht von anderen ablenken und vor allem schenke ja keinem anderen Mädchen größere Aufmerksamkeit als mal ein paar nette Worte. Und ich denke, das bist du Wynonna auch schuldig. Keine Frage, glaubt Tarsuin zu. Dann ist das ganz einfach. Ich wette, ihr trefft euch hier oben im Turm. Du machst ihr und danach Lisa Komplimente, wie toll sie sind. Irgendwas glaubwürdiges, dass sie gut riechen oder so. Machst mit Wynonna Scherze und dankst ihr Lisa und Morag irgendwie für die Gelegenheit, dabei sein zu dürfen. Erklärst, wie aufgeregt und nervös du bist und tust dann so, als ob du nicht wüsstest, wem von den beiden Mädchen du denn nun den Ballstrauß geben müsstest. Das finden sich ja beide ganz süß. Und du bist aus dem Schneider. Oder besser noch, bring einfach zwei mit. Ja, das ist viel besser. Zwei Ballsträuße und beide fühlen sich gewürdigt. Dann musst du natürlich mit Lisa im Arm runtergehen und der erste Tanz gehört ihr. Vielleicht auch noch zwei und drei, je nachdem, wie viel Chaos herrscht und wie steif die Sache abläuft. Irgendwann wird dann sicher Morag Lisa bei dir abklatschen und dann musst du halt nur noch für Wynonna da sein. So wird es sicher eine tolle Nacht und Wynonna erschöpft ist, wage es nicht als erster zu schwächeln, dann bringst du sie galant rauf in den Turm. Das ist dasselbe wie nach Hause begleiten draußen in der Freiheit. Und dann musst du nur noch den Abschiedskuss richtig hinter dich bringen. Ich muss was? rutschte es aus Tarsyn heraus. Das meinst du? Nicht ernst? Und ob ich das so meine? Das ist quasi das Wichtigste am ganzen Abend. Du kannst alles auf dem Ball richtig machen, aber wenn du den Kuss versaust oder ihn gar auslässt, hast du es völlig versemmelt. Das glaube ich nicht. Mann, bist du naiv? schimpfte Merton. Sie erwartet das, denn mit dem Kuss sagst du ihr nicht nur Gute Nacht. Das ist eher nebensächlich. Du sagst ihr damit vor allem, wie dir der Ball mit ihr gefallen hat. Da reicht kein Händedruck oder der Mami-Spitzmaulkuss von Kindern. Ich verstehe nicht, sagte Tarsyn. Er hatte noch nie ein Mädchen geküsst, nur einmal so getan und langsam machte ihn Merton nervös. Du musst sie richtig küssen, so wie deine Schwester ihren Freund küsst, beharrte Merton extrem ernst. Das geht nicht anders. So was Ekliges mache ich nicht, lehnte Tarsyn angewidert ab. Mit Grausen dachte er an die Geräusche, die das erzeugte. Das ist gar nicht eklig, wenn man es selbst macht, erklärte Merton überzeugt. Aber selbst, wenn du es wirklich so empfindest, so bleibt dir gar keine Wahl. Mit einem Kuss sagst du ihr alles über den Abend. Nur ein Handschlag, sie war ein Reinfall. Eine Umarmung, als Mädchen war sie ein Reinfall. Kuss auf die Wange, ganz nett, nur das falsche Mädchen. Spitzlippenkuss auf den Mund, für dich ist sie kein Mädchen, sondern ein Kind oder ein Kumpel. Nee, um einen richtigen Kuss kommst du bei Winona nicht drumrum. Tarsyn schluckte schwer. Und wie macht man das? fragte er und spürte das aufschießende Blut in seinen Adern rauschen. Warum musste das so kompliziert sein? Aber er wollte auch garantiert Winona nicht noch einmal verletzen und wenn sie das erwartete, dann würde er es einfach durchstehen. Im Grunde ist es ganz simpel. Mund leicht auf, Zunge leicht vor und Lippen entspannt. Du hast natürlich den Vorteil, dass du eine Unna treffen lassen musst. Die Blamage, ihre Nase zu erwischen, bleibt dir also erspart. Und was mache ich dann? Die Zunge kreisen lassen natürlich. Mandelpingpong spielen. Dem Gefühl folgen. Das geht fast von allein. Du meinst, unsere Zungen be- Du weißt schon, berühren sich? Mehr sogar, versprach Myrten und nun stellte sich doch der Spott bei ihm ein, den Tarsuin befürchtet hatte. Wenn du merkst, dass es ihr gefällt, das merkst du an der Umarmung, dann kannst du auch vorsichtig ihren Mund erforschen. Das ist ja widerlich, schüttelte es Tarsuin richtig. Das mache ich auf gar keinen Fall. Okay, okay, gab Myrten sofort nach. Das wäre ja auch nur die Kür gewesen. Wichtig ist, dass eure Zungen kurz Kontakt haben. Sicher? Ja, denn nur so küsst man ein Mädchen, das nicht die Schwester ist. Und das soll schön sein. Hast du denn es schon mal probiert? fragte Myrten. Tarsuin schüttelte den Kopf. Bis jetzt hat ihn nur Theresa mal geküsst und das war nur zaghaft auf die Wange. Damals war das Gefühl schon seltsam gewesen, aber das, worauf Myrten ihn gerade vorbereitete, war was ganz anderes. Pass auf, fuhr Myrten fort. Am Anfang ist es wirklich nicht angenehm, aber verkrampf nicht. Es ist alles nur eine Frage der Herangehensweise. Also Lippen entspannt, Mund leicht öffnen und Zungenspitze in Position. Zeig mal. Du spinnst doch. Hey, keine Sorge, ich will dich sicher nicht küssen. Aber Winona, das garantiere ich dir. Muss das sein? Es ist natürlich deine Entscheidung, aber frustriert und verlegen versuchte Tarsuin für eine Sekunde, was Myrten gesagt hatte. Traurig. Einfach nur traurig, murmelte Myrten. Das, mein Herr, war einfach nur eine Zunge rausstrecken. Dann kannst du es auch gleich lassen. So kassierst du eine Ohrfeige. Tarsuin vertrete genervt die Augen, dann sagte er sich jedoch, dass es für Winona war und versuchte es erneut. Okay, sagte Myrten nach einer längeren Pause. Das war schon besser. Mach noch die Augen zu und alles läuft wie am Schnürchen. Wirst sehen. Da war sich Tarsuin nicht so sicher. Dafür war der Unterricht in der Woche vor Weihnachten immer berechenbar sicher. Alle Lehrer ließen sich etwas einfallen. Das variierte von besonders lustig bei Professor Flitwick bis extrem gemein bei Snape. Am meisten gespannt war Tarsuin aber natürlich auf die neuen Lehrer. Da war zunächst Professor Moody. Er und Winona waren durch Zufall ein paar Minuten früher da und um ehrlich zu sein machte er sich ein wenig Sorgen, was Moody wohl eingefallen war. Denkst du wirklich, er erzählte uns was über den schiefgelaufenen Exorzismus? fragte Winona. So was Morguitis würde eigentlich zu ihm passen. Mir wäre trotzdem lieber, wenn er es lassen würde, fand Tarsuin. Ich kann an Weihnachten auf Geschichten von Mord und Totschlag verzichten. Was anderes hat Moody aber nicht auf Lager, lachte Winona. Erinnerst du dich, wie er uns die amüsante Episode über die Jagd auf den schwarzen Assassinen erzählte? Ich habe bis heute nicht begriffen, was er witzig daran fand, dem Mann seine Gifte mit dem Schnupftabak zu vertauschen. Ich schätze, für ihn war es die pure Ironie, schauderte Tarsuin bei dem Gedanken an die sehr deutliche Schilderung des Todeskampfes des Assassinen. Schließlich war Professor Moody aufgemischt und gefesselt worden und man hat nur mit einem verzweifelten Schwebezauber das zustande gebracht, was seine ganzen mächtigen Flüche nicht konnten. Aber es war trotzdem nicht witzig, geschweige denn amüsant, beharrte Winona. Also ich werde heute meinen Zauberstab bereithalten. Mag ja sein, dass er eine Bande Frettchen für witzig hält. Also so schlecht ist das mit der Verwandlung nicht, erklärte Tarsuin lächelnd. Seine Nachhilfestunden bei Professor McGonagall zählten inzwischen zu seiner liebsten Beschäftigung. Frettchen, war ich schon mal. Das Blöde ist nur, man bekommt sehr schnell Hunger. Ich für meinen Teil lege keinen Wert. Theresa, was ist los? Bitte, versteckt mich, rief das hereinstürmende Mädchen und klang leicht in Panik. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Was ist denn los, erkundigte sich Tarsuin und machte ein wenig Platz, da sich das Slytherin-Mädchen zwischen ihnen und Winona drängte? Und warum ziehst du dir den Umhang über den Kopf? fragte Winona amüsiert. Jungs, sagte Theresa und schien zu glauben, damit alles erklärt zu haben. Und welcher Spezielle? fragte Tarsuin. Alle, spiel sie entsetzt aus, die sind alle verrückt geworden. Was haben die anderen Jungs denn? fragte er nach und langsam begann er Toresas Verzweiflung auch witzig zu finden. Sie fragen mich ständig, ob ich mit ihnen zum Ball möchte, jammerte Theresa. Fast den ganzen Tag schon. Und? fragte Winona lachend. Wurde langsam doch mal Zeit. Genau, stöhnte Theresa. Es wird Zeit. Was denkst du denn, wer fragt? Angefangen haben heute Morgen Crab und Goyle. Da konnte ich ja noch drüber lachen, so wie sie sich hinstellten und taten, als ob sie mir etwas ganz Tolles damit gönnen. Aber danach, brrrr. Nun sei mal nicht so snobbistisch, sagte Winona und schien ein Kichern einfach nicht unterdrücken zu können. Oder willst du sagen, dass die verzweifelten Bitten alle abgelehnt hast, weil die Jungs die übergeblieben und hässlichen sind? Also wirklich, Theresa, ich bin von dir sowas von enttäuscht. Natürlich waren auch ein paar nicht so hübsche dabei, gab Theresa etwas diplomatischer zu. Aber nicht alle. Gerade vorhin hat mich Jason Killian aus der Sechsten gefragt und der ist nicht hässlich. Aber du hast abgelehnt, oder? fragte Tarsyn und war ein wenig enttäuscht, denn heimlich hoffte er die ganze Zeit darauf, dass er nicht allein mit Winona auf dem Ball sein würde. Ein oder zwei seiner Freunde wären doch sicher nicht zu viel verlangt, oder? Leider schien Drittklässler allgemein nicht sonderlich hoch im Kurs zu stehen. Natürlich habe ich abgelehnt, fauchte Theresa. Er ist ein arroganter Penner. Ich wette, er hielt es für Charme, als er meinte, dass so ein Sahneschnitzchen wie ich auf dem Ball durch ihn noch mehr zu gelten kommen würde. Und mit ein wenig Schminke würde ich auch etwas älter aussehen und ihn nicht zu blamieren. Winona schien kurz davor in ihrem unterdrückten Lachen zu ersticken. Ach, ihr Slytherins könnt euch immer so gewählt ausdrücken, heuchelte Tarsyn in traurigen Neid. Das ist so unfair. Mit Winonas Selbstbeherrschung war es vorbei und sie lachte jetzt lauthals, wobei sie mit der Hand auf den Tisch trommelte. Lach weiter und ich nehme ein Angebot an, drohte Theresa. Wo dabei die Drohung lag, verstand Tarsyn nicht. Leider konnte er nicht fragen, denn der Rest der Klasse und Professor Moody fanden sich ein. Wie üblich verstummte jede Konversation umgehend. Nicht nur, weil alle unheimlichen Respekt, manchen nannten es auch Angst, vor dem Professor hatten, sondern weil nie Langeweile aufkam. Tarsyn konnte sich nicht erinnern, in Professors Moody's Unterricht jemals einen Satz in einem Buch gelesen oder niedergeschrieben zu haben. Bei ersterem war Moody der Ansicht, das könne man auch vor oder nach dem Unterricht, beim zweiten vertrat er die Meinung, warum niederschreiben, wenn es doch schon gedruckt war. Weihnachten, begann der Professor, als wüsste er nicht, ob dies ein Fluch oder etwas Wunderbares war. Ist voller Gefahren. Nein, welch eine Überraschung, konnte Tarsyn Merton leise murmeln hören. Da Moody darauf nicht reagierte, schien er dabei die persönliche Hörschwelle des Professors gefunden zu haben. Tarsyn merkte sich das. Unzählige Geschenke haben schon das Leben so mancher Ex-Frau, einiger Liebhaber, vieler Konkurrenten, unvorsichtiger Auroren oder auch vorlauter Rotzlöffel gekostet. Das muss nicht einmal Absicht sein. Eine fehlgeflogene Eule, ein betrügerischer Trankmeister ohne Talent. Die Welt wäre um einiges sicherer, wenn wir Weihnachten einfach ausfallen lassen würden. Es war einer der scheltenen Momente, in denen die gesamte Klasse in Professors Moody's Unterricht protestierend murrte. Aber ich sehe es schon, fuhr der Lehrer ungerührt fort. Das wäre mir mit euch nicht machbar. Darum gibt es heute Geschenke von mir, für jeden von euch. Wer möchte seines zuerst abholen? Niemand rührte sich. Na was denn? fragte Moody sarkastisch. Schaut her, Geschenke! Der Erste oder die Erste darf frei wählen! Tarsin unterdrückte ein Kichern. Was er im Raum spürte, war kaum beherrschte Panik. Natürlich war keiner so dämlich zu glauben, dass man sich die Geschenke nicht verdienen musste und da man inzwischen Moody's Lernmethoden und Humor kannte, hatte niemand auch nur entfernt Interesse daran. Magna Mara, sagte Moody auffordernd, magst du meine Geschenke auch nicht? Tarsin stand auf und nahm dabei Tiki auf die Schulter. Aber nicht doch, Professor, grinste er breit. Ich finde es nur etwas schwierig, mich für das Beste zu entscheiden. Na, da kann ich doch helfen, meinte Moody. Komm nach vorn, die kleine Freundin brauchst du nicht. Auf Tikis Kommentar hin ignorierte Tarsin die letzten Worte des Professors. Er wusste auch ziemlich genau, warum er das sollte. Noch immer hatte er in Übungssituationen große Probleme, die richtigen Gefühle zu empfinden. Wenn er sich nicht bedroht fühlte, bekam er einfach keine ordentlichen Schildsauber hin. Anders sah das aus, wenn Tiki auf seiner Schulter saß und getroffen werden konnte. Bei ihr wollte sein Instinkt irgendwie nie ein Risiko eingehen. Wähle ein Geschenk, sagte Professor Moody und fügte dann leise hinzu, ganz rechts vorn. Tarsin deutete ungefähr in die Richtung. Eine sehr gute Wahl, lobte Moody laut. Nun nimm es dir. Natürlich war Tarsin nicht so dumm, dem einfach Folge zu leisten. Es war ja ein Test und sicher drehte es sich um das Wissen, welches sie in diesem und im vergangenen Schuljahr erlangt hatten. Er wich einen Schritt zurück und zog seinen Zauberstab. Jetzt brauchte er nur ein gerütteltes Maß an Neugier. Was war in dem Paket wohl drin und wie war es geschützt? Exhaminar, sagte Tarsin besonders deutlich und machte die zwei vorgeschriebenen Kreise mit dem Zauberstab, gefolgt von einem kurzen Salud, bis er ein Stab senkrecht in der Höhe stand. Es war nicht perfekt, doch hörte er trotzdem einen leisen Nachhalt der Spruchformel, die das Paket umhüllt hatte. Genau genommen waren es sogar drei. Ein Erkennungszauber, ein Clownsgesichtfluch und ein Verfolgungszauber. Moody hatte echt nicht an Aufwand gespart oder machte ihm sowas Spaß? Und McNamara? fragte der Professor. Haben wir was gehört? Hinten im Klassenzimmer konnte Tarsin Laurent vor Vorfreude kichern hören. Wahrscheinlich dachte er, dass Tarsins Zauber gescheitert war. Ja, sagte er deshalb laut und selbstsicher. Ich hoffe, bei der Mühe haben sie nicht auch noch Buchstaben aus Zeitung ausgeschnitten und zusammengeklebt. Um das herauszufinden, müsstest du es öffnen. Und wenn wir wollen, dass alle ihre Geschenke bekommen, dann solltest du dich vielleicht ein wenig ranhalten. Ist Hass nicht der Beginn des Verderbens, zitierte er in Aufspruch des Professors. Und zögern ist der Anfang vom Ende, sagte Modi. Ich geb dir noch zehn Sekunden. Die Aufforderung war ernst gemeint und unmissverständlich. Tarsin gab es auf, auf Zeit zu spielen, denn im Grunde hatte er keine Ahnung, wie er die Sache elegant lösen sollte. Blieb wohl bloß die Holzhammer-Methode. Er hielt seinen Zauberstab bereit, zog sein Messer und schnitt damit eine der Verpackungsschnüre auf. Gleichzeitig rief er laut Protego ohne Erfolg. Nur, indem er sich duckte, wich er dem Fluch aus. Tiki flüchtete von seiner Schulter unter den Tisch, während die Magie umdrehte und wieder auf Tarsin zukam. Ohne groß nachzudenken, versuchte er erneut den Schildzauber, hatte dabei aber nicht mehr die Zeit für die Worte und schaffte trotzdem ein Irgendwas, das den Fluch in die Decke reflektierte. Naja, klang Modi nicht sonderlich zufrieden. Ob über Tarsins schlechte Performance oder weil der Fluch nicht getroffen hatte, war nicht herauszuhören. Wer möchte noch? Ansonsten verteile ich die Pakete, wie ich es für, nun, interessant halte. Ich, erklang es arrogant und Tarsin hörte Vivian Hugen nach vorn kommen. Ja, zeig's ihm, rief Regina Kossloff ihr hinterher. Hugen antwortete nicht darauf. Das da, sagte sie emotionslos und deutete wahrscheinlich auf eines der Geschenke. Dann nahm sie nicht sonderlich viel Zeit, ohne das Paket zu untersuchen, verwendete sie den Öffnungszauber, auf den Tarsin nicht gekommen war und dann, als ob es nur ein einziger Zauber wäre, sprach sie den Schildzauber. Aperiere Protego, sagte das Mädchen und beide Zauber funktionierten perfekt. Tarsin gab es ungern zu, aber er war beeindruckt und ein wenig neidisch. Das wollte er aber nicht zugeben. Annehmbar, fünf Punkte, sagte Modi fast und freundlich. Hugen, nicht wahr? Ja, Sir. Wir reden nachher miteinander. Sie und McNamara verteilen nun die restlichen Geschenke. Zehn Minuten später bevölkerten Clowns, Pantomimen, hüpfende Kängurus und Margaret Thatcher die Klasse. Tarsin hatte dabei das Glück, dass Winona und Teresa neben ihm zu sehr stillen Teil der beschenkten Schüler gehörten. Er selbst freute sich über sein Geschenk und war ein wenig erstaunt, in welcher Unkosten sich Modi gestürzt haben musste. Ob er das in allen Klassen machte? Und wie hatte er für die richtige Verteilung gesorgt? Immerhin war es sehr unwahrscheinlich, dass Tarsin zufällig den Nichtssehen-Affe, Teresa den Nichtsagen-Affe und Winona den Nichts-Hören-Affe bekommen hatten. Aber der Teil des Geschenks interessierte Tarsin gar nicht so sehr. Viel besser fand er das kleine Extra, das er wohl für seine Dummheit erworben hatte, sich mit seinem Lachen freiwillig zu melden. Wer außer Modi kam darauf, ihm eine Lupe zu schenken, so als würde er sie irgendwann mal brauchen. Winona schlug mit Papier ungeduldig gegen seinen Handrücken. Hättest du bitte die Güte diesem Fluch zu beenden, stand da geschrieben. Klappt es denn nicht ohne Worte, genoss Tarsin wenig seine Macht. Gesten könnt ihr doch noch als Pantomime. Ein doppelter Klaps war die Belohnung dafür. Na gut, gab er nach. Es war zwar nicht einfach, doch im vierten Versuch schaffte er es, sich selbst so weit zu überzeugen, dass er die Stille nicht mehr genoss. Möglicherweise lag das an den nervenden, leichten Schlägen auf seinen Kopf. Na endlich, schimpfte Winona und lachte dabei aber auch. Schau dir nur mal Kosloff an, sie ist der böseste Clown, den ich jemals gesehen habe. Soll ich die Lupe dazu benutzen, lachte Tarsuin, oder beschreibst du es mir lieber. So wie du das sagst, hast du es eigentlich nicht verdient, sagte Winona, und obwohl sie noch immer fröhlich war, schwang ein Vorwurf in ihrer Stimme mit. Trotzdem beschrieb sie ihm dann einen äußerst grießgrämigen Clown, der jeden Böse anfunkelte und dem Zauberstab bedrohte, der es wagte, zu deutlich über ihn zu lachen. Professor Moody schien keinen Anteil an der fast allgemeinen Fröhlichkeit zu nehmen, obwohl er doch derjenige gewesen war, der sie ausgelöst hatte. Stattdessen weigerte er sich, die Flüche aufzulösen und machte grimmige Kommentare zur mangelnden Qualität dieser Klasse. Was freust du dich so über diese Lupe? fragte Theresa leise. Das ist doch eher gemein. Nein, schüttelte Tarsuin den Kopf. Es ist optimistisch gemeint und das, er gab sich Mühe, Theresa offen anzusehen und so kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ganz sicher für uns beide, sonst hättest du den blinden Affen. Das würde voraussetzen, dass er es weiß, flüsterte Theresa besorgt. Spätestens dann, wenn du nicht auf deinen Affen hörst, zwinkerte Tarsuin. Also soll ich wohl lieber nichts dazu sagen, murmelte das Mädchen. Zumindest nicht jetzt, flüsterte Tarsuin zurück, denn Moody näherte sich ihnen auf seinem launigen Rundgang durch die Klasse. Offensichtlich setzte er noch einmal zu einer längeren Predigt über die Gefahren von Weihnachten an, doch dann rettete sie die Klingel. Ach, ihr hört ja sowieso nicht auf die Stimme der Weisheit, gab Professor Moody auf. Aber ich sage euch, brüllte er dann doch noch hinterher, seid immer wachsam, verdammt. Man weiß nie, wie nah der Feind wirklich ist. Er wurde großzügig ignoriert, wenn überhaupt wahrgenommen. Die Klasse zeichnete sich inzwischen doch durch eine gewisse Moody-Resistenz aus. Heute war der perfekte Tag. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und ihnen nicht versprochen zu schreiben. Und dann die Zugfahrt. Alles war so toll. Niemand hat mich angesehen, als wäre ich eine Missgeburt. Das einzige Unschöne war, dass ein paar über mein Dialekt gelacht haben, aber es war sicher nicht böse gemeint. Ich klinge wirklich ein wenig seltsam, relativ zu den anderen. Kein Wunder, ich habe noch nie so viel mit anderen Menschen reden können wie heute. Nanny natürlich ausgenommen. Ich glaube, ein paar Kindern bin ich mit meiner Neugierde und meinen dummen Fragen auf den Nerv gegangen, aber ich wollte unbedingt wissen, wie andere Kinder mit ihren Eltern leben. Und dann war da noch Hogwarts. Die Fahrt über den See war wundervoll. Die Weite hat mir fast Angst gemacht und die Tatsache, dass ich nicht schwimmen kann. Aber das Schloss und die Ruhen des Bootes haben mich wieder beruhigt, bis die Auswahl mit dem Hut kam. Ich habe richtig gezittert, aber als er mich nach Slytherin schickte, war ich richtig stolz. Ich will Großes leisten und nie wieder vor jemandem Angst haben oder abhängig sein. Dohut hat mir versprochen, dass ich das in Slytherin finden würde. Hufflepuff hat er auch angeboten, aber diese Hilfe und Fürsorge klang wie Abhängigkeit. Davon hatte ich schon genug. Was ich brauche, ist Stärke und Macht. Außerdem gibt es hier richtig gutes Essen, das beste Bett, in dem ich hier geschlafen habe. Und Laché ist hier ein zulässiges Haustier. Ich bin glücklich. Vor einer Stunde alte Runen in Marians Tagebuch zu lesen, war nicht unbedingt die beste Einstimmung, aber es schulte Tarsins Fähigkeiten. Zwar nicht wirklich bewusst, sondern eher auf einer intuitiven Ebene, doch er selbst bemerkte es inzwischen recht deutlich. Und mit dem Wissen, das ihm Professor Worgen langsam vermittelte, holte sogar sein Kopf mit der Zeit auf. Schon auf dem Weg zur Unterrichtsstunde stellte sich heraus, dass Professor Worgen Weihnachten ernst zu nehmen schien. Obwohl sie manchmal ziemlich streng war und das ab und an auch mal ein wenig schmerzte, so wollte sie offensichtlich die Schüler heute nicht quälen. Zumindest gab es keine Aufgabe, um in das Atrium zu kommen, wo noch immer der Unterricht stattfand. Außerdem stand diesmal Sessel und Tische im Sand. Das sagte ihm Tiki. Seine Nase vervollständigte den weihnachtlichen Eindruck, indem sie ihm von Gebäck, Kakao und Tannenzweigen erzählte. Dazu lief auch leise im Hintergrund die passende Musik. Bisher hatte noch kein Lehrer in Hogwarts Weihnachten so gediegend zelebriert. Nur Professor Flitwick kam dem vielleicht nahe, aber da ging es eher um ausgelassen zu. Hier schien das Ganze ein wenig festlich dafür. Fröhliche Weihnachten, rief ihn Professor Worgen entgegen. Setzt euch, wohin ihr wollt, immer vier an einen Tisch. Die versammelten Slytherins und Ravenclaws kamen dieser Aufforderung leise nach. Diese Ruhe war üblich in alte Ruhen. Noch rechtzeitig dachte Tarsuin daran, Tiki von der Schulter zu nehmen und sie nach draußen laufen zu lassen. Es trinkt, wenn ihr wollt, forderte Professor Worgen sie auf und schaltete sofort kurz auf bedrohlich um. Was euch nicht daran hindern, sollt ihr mir zuzuhören? Tarsuin verbarg seine Hände vorsichtshalber unter dem Tisch. Professor Worgen unterstellte ihm relativ oft Unaufmerksamkeit, obwohl es manchmal gar nicht stimmte und ganz sicher hörte er immer ihre Worte und Warnungen. Er dachte nur oft etwas weiter und zog Verbindung zu Marians Tagebuch. Die Lehrerin erwischte ihn meist genau in diesen Momenten. So, ich hoffe, es schmeckt euch und ihr könnt euch endlich entspannen, sagte Worgen ironisch. Heute gibt es keine Tests. Heute lernt ihr einen kleinen Partyspaß, den man meist zu Silvester zelebriert, das Runenorakel. Wie ich sehe, kennen einige von euch diesen Brauch schon, aber ich möchte wetten, kaum einer hat gelernt, wie er funktioniert, denn es ist die mystische Energie des Schicksalbs. Selbst die, denen das innere Auge fehlt, werden heute in eine sicherlich furchtbare Zukunft schauen. Diejenigen, die auch noch Wahrsagen besuchten, mussten bei der schlechten, aber doch irgendwie treffenden Imitation von Professor Trelawney leise lachen. Zu diesem Zweck habt ihr auf dem Tisch zwei Säckchen mit Runensteinen liegen. Damit werden wir alle eine Weissagung erstellen, die hundertprozentig zutrifft. Das bezweifle ich, murmelte Tarzan Winona zu. Er wusste inzwischen genug über Wahrsagen und die Verführung, die in dem Gedanken dahinter standen, dass, wenn es wirklich zuverlässig funktionierte, es jeder nutzen würde. Doch das würde die Welt mehr aus den Angeln heben als der berühmte feste Punkt des Archimedes Einer am Tisch nimmt sich jetzt bitte das blaue Säckchen und die Runensteine heraus. Das sind die Muggelrunen, die ihr alle schon kennt. Auf dem Tisch seht ihr einen Kreis. Legt jetzt bitte den Namen eures Gegenübers möglichst regelmäßig auf den Kreis. Lass die Kerze in der Mitte bitte stehen. Jetzt nehmt das Geburtsdatum und lege es als Kreuz in den Kreis. Links den Tag, rechts den Monat, oben die 19 und unten die Jahreszahl. Stimmt dein Geburtstag nun, Tarsuin? fragte Cassandra, die sich offensichtlich die Runensteine geschnappt hatte. Ja, sagte er und war erstaunt, dass nicht Winona die Initiative an sich gerissen hatte. Tarsuin hörte, wie sie die Steine auf den Tisch legte. Alle fertig? fragte Professor Worgen. Gut, dann nehmt jetzt bitte den roten Beutel. Da sind magische Runen drin, aber keine Sorge, nur welche von der harmlosen Sorte. Greift blind hinein und legt die Rune ungesehen zwischen die einzelnen Buchstaben der Namen und das Datum. Achtet dabei darauf, dass im inneren Kreuz am Ende 20 Runen liegen müssen, nicht nur 12 oder 16. Dann ging die Lehrerin von Tisch zu Tisch und machte irgendetwas, sodass die Runensteine über den Tisch schabten. Und jetzt dürft ihr versuchen, die Runen zu lesen. Denkt bitte daran, das Runen Orakel hat weniger mit den Buchstaben, sondern mehr mit Bedeutung zu tun. Versucht den Sinn zu erfassen und lügt euch zusammen, was nicht passt. In 5 Minuten komme ich rum und frage eure Interpretationen ab. Fangt an! Leises Murmeln und Lachen setzte ein. Das war an ihrem Tisch auch nicht anders. Also ich würde sagen, dass Tarsin 11 Kinder bekommt und 400 Jahre alt wird, bei dem Versuch, das Wesen einer Schildkröte zu erkrunden, vermutete Cassandra. Quatsch, widersprach Winona ironisch. Es ist die elfte Plage, die 400 Jahre anhalten und erst durch ein gepanzertes Tier beendet wird. Nehmt die Zahlen nicht so wichtig, mischte sich Professor Worgen fröhlich ein. Dann kommt eine völlig andere Bedeutung heraus. Dann würde es aber bedeuten, dass Tarsin von einer Frau betrogen und er eine Feindin für das, was sie tat, lieben wird, widersprach Cassandra. Das ist Das ist doch der Trick dabei. Was für ein Trick, wunderte sich Winona. Hört ihr gleich, versprach die Lehrerin und ging zum nächsten Tisch. Geht jetzt zum nächsten über. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Jedes Mal sprach die Professorin den Zauber für sie, sobald sie die Steine gelegt hatten. Am Ende war abzusehen, dass Cassandra ein Leben voller Messer scharfer gefahren und Winona etwas anderes vom Leben bekommen würde, als sie erwartete. Dabei war aber alle Vorhersage immer so schwammig, dass man auch das Gegenteil herauslesen konnte. Da jetzt jeder einmal dran war, kann ich euch versprechen, dass die Weissagung wirklich in Erfüllung gehen wird, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Bestimmt, weil sie mit dem Zauber eingegriffen haben, Professor, sagte die Stimme von Vivian dazwischen, etwas, das in einer normalen Stunde inzwischen niemand mehr wagte. Teilweise, Vivian, gab Morgan zu, aber zum großen Teil ist es eine echte Vorhersage, nur durch den Zauber ein wenig beeinflusst und vereinfacht. Die Ruden im Kreis mit dem Kreuz in der Mitte nennt man das kleine Rad des Schicksals. Das große fügt dann noch zwei weitere Kreise hinzu, aber das brauchen wir hier nicht. Zumindest kann man daraus wirklich die Zukunft und Vergangenheit lesen, falls man die Erfahrung und das Wissen eines ganzen Menschen Lebens sein eigen nennt. Aber egal, dazu haben wir keine Zeit. Deshalb gibt es ja auch den Zauber, der die Ruden sortiert und dabei ein wenig von eurem Wissen profitiert. Das Endergebnis ist jedoch so allgemein gehalten, dass es immer irgendwann eintritt. Die Frage ist nur wann und dass man es meist erst merkt, wenn es geschehen ist. Genau das machen übrigens auch die ganzen Scharlatane, die eure Dienste in der Winkelgasse, im Tagespropheten oder der Hexenwoche anbieten. Es gibt nur wenige Fachleute und die werden meist sehr schnell von Privatpersonen exklusiv angeworben. Wollen wir mal sehen? Nehmen wir Tarsuin hier. Laut der Runen wird Das klingt schlimm, aber ist vage und völlig unbestimmt. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dies irgendwann mal passiert, sehr hoch. So arbeiten auch die ganzen Scharlatane. Ich kann ohne irgendwelche Runen zu legen jedem hier prophezeien, dass ihr euch noch innerhalb eurer Schulzeit unsterblich verlieben werdet, dass ihr eine große Dummheit vor einer Prüfung machen werdet und dass Trauer euch in eurem Leben begleiten wird. Solche Vorhersagen sind aber nicht unbedingt für eine Party geeignet. Deshalb werden wir den Zauber ein wenig abwandeln. Legt bitte noch mal die Steine wie vorhin, dann nehmt den Zauberstab, zeichnet den Kreis und das Kreuz nach und sagt Papa la Papa extremo. Wenn sich die Runen einer Linie zusammenfinden, habt ihr es richtig gesagt. Das klang sehr albern und trotzdem gleich nass werden, meinte Winona. So ein Quatsch, Phantasuin, wir haben doch ein Dach, wie, ihm stockte unvermittelte Atem, denn eiskaltes Wasser ergoss sich über seinen Kopf. Peeves, fauchte er, sobald er den Schreck überwunden hatte. Ups, sorry, sagte Peeves und es klang erstaunlich ehrlich. War eigentlich für McGonagall's Klasse gedacht. Tja, Fehler passieren. Dann rauschte er irre kichernd davon. Am liebsten einige Verwünschungen hinterher gescheckt, doch er musste ja so tun, als würde er Peeves nicht hören und den hellen Fleck nicht sehen. Rings um ihn herum lachte man, jedoch nicht nur über ihn. Überall im Raum war es zu kleinen Zwischenfällen gekommen. Jemand hatte mit dem Stuhl gekippelt und war in den Sand gefallen. Ein Mädchen schrie erschrocken, weil ihr eine Kröte ins Gesicht sprang. Es passierten noch einige solcher kleinen Unfälle. Das Schöne an dieser Vorhersage ist, dass sie immer eintritt, weil man selbst dafür sorgt, sagte Professor Worgen laut. Es ist absolut harmlos und unvorhersehbar. Die nächsten bitte. Sekunden später wurde Tarsi mit einem Zauber getrocknet und durfte sich dann bei Cassandra revanchieren. Es machte allen viel Spaß, bis Professor Worgen ihnen einen Batzen Hausaufgaben über die Weihnachtsferien aufgab. Weihnachten kam viel zu schnell und als der Ball nur noch eine Stunde entfernt war, wünschte er sich Merton und Theresa zurück nach Hogwarts. Der Brief von Rika, der einem kleinen ersten Weihnachtsgeschenk beigelegen hatte, hatte nur wenig geholfen, seine Nervosität niederzuregen. Ganz im Gegenteil. Rika hatte viel zu oft die Worte Rendezvous, Date und besondere Abende verwendet. Sie schien Ein wenig zittrig überprüfte er noch einmal seine Kleidung und vermisste zum ersten Mal in seinem Leben den Blick in einen Spiegel. Die Fliege hatte er so gebunden, wie Merton es ihm beigebracht hatte, alle Knöpfen waren in der richtigen Reihenfolge geknöpft, der Reißverschluss seiner Hose war oben, wo er hingehörte. Auf dem Tisch standen zwei identische Blumensträuße, in seiner linken Hemdtasche befand sich für Winona ein Silberkettchen mit einem Jade Anhänger, den Tante Clan besorgt hatte und der die Glücksruhne trug. Was denkst du, Tiki? fragte er unsicher. Kann man so gehen? Der Geruch muss so sein, ein Deo gehört laut Merton dazu. Nein, das signalisiert keine Paarungsbereitschaft. Du hast keine Ahnung von Menschen, was das angeht. Und dein Instinkt ist völlig daneben. Red in zwei, drei Jahren nochmal darüber. Ich will, dass du mitkommst. Bitte, komm schon, wenigstens in der Nähe bleiben. Ich hab doch keine Angst vor Winona. Ja, na, vielleicht doch ein bisschen. Tarsuin setzte sich aufs Bett und war froh, dass Tiki sofort zum Streicheln zu ihm kam. Im Moment war das die beste Therapie für ihn und er hatte nicht wirklich nur so zu schaffen. Ob es die Erwartung war, die von dem Mädchen ausging, ob sie sich in ihn verliebt hatte, er hatte keine Ahnung, wie sich sowas anfühlte, aber alle, besonders gern Mädchen, redeten darüber. Sogar die in der ersten Klasse. Er hatte bei denen zwar immer das Gefühl, als würden Blinde über Farben fachsimpeln, aber trotzdem schienen sie näher am Thema, was er selbst darunter verstand. Stimmte da was nicht mit ihm, oder war die Welt nicht ganz bei Trost? Der Zeiger seiner Uhr rückte unerbittlich immer weiter. Als er nur noch eine Viertel Stunde war, riss er sich zusammen und stand auf, ohne jedoch Tiki zunächst aus seinen Armen zu lassen. Leider machten ihm die beiden Blumensträuße dann einen Strich durch die Rechnung, Von den meisten Mädchen war weit und breit nichts zu hören. Und du gehst wirklich mit Flirt de la Cour? fragte ein älterer Junge fassungslos. Das glaub ich einfach nicht. Glaub es ruhig, entgegnete eine vor Selbstbewusstsein und Stolz strotzende Stimme, die Tarsuin als die von Roger Davis erkannte, den Quidditch-Kapitän von Ravenclaw. Ich hab sie gefragt und zu mir hat sie ja gesagt. Aber wie hast du sie dazu gekriegt? fragte ein dritter Junge. Hat sie denn nicht erkannt, was für ein Holzkopf du bist? Nein, Daniel, denn ich hab herausgefunden, dass sie voll auf den Schriftsteller Voltaire steht und da hab ich mich halt eingelesen und mir ein wenig diskutiert. Erst danach hab ich sie gefragt. Da sie Sean Lancaster von den Gryffindors und Verrat von Slytherin abgelehnt hatte, wusste ich, dass mein Aussehen und mein Charme allein diesmal nicht helfen würden. Hast du nicht Angst, dass du mit deinem Halbwissen irgendwann bei ihr aufläufst? Ach woher? Ich gehe mit dem schönsten Mädchen des Balls aus, das reicht mir erst mal. Tu doch nicht so bescheiden, heimlich hoffst du doch, dass sie so heimlich schon oft daran gedacht hatte. Ich werde der perfekte Gentleman sein, immerhin musste ich Hogwarts vertreten, immerhin gehst du doch mit Chloe von Beaubaton, vielleicht. Tarzin mochte dieses Gespräch nicht und hörte bewusst weg. Mindestens klangen alle genauso nervös, wie er sich auch fühlte, die Frage, wie man aussah, war, männlich untypisch, die meistgestellte im Raum. Selbst Tarzin, dem das normalerweise ebenso egal war, traute sich nicht auf den Boden zu setzen und mit Tiki zu spielen. Er musste ziemlich dämlich und verloren aussehen, wie er mit zwei Blumensträußen sinnlos herumstand. Gerade als er sich entschieden hatte, seinen Stammplatz, das Fensterbrett einzunehmen, ergoss sich ein großer Schwung Mädchen aus deren Schlafräumen, zusammen mit einer Duftwolke, die ihm Tränen in die Augen trieb. Oh, du siehst ja richtig elegant aus, rief ihm Lisa entgegen. Ich gehe wohl mit dem hübschesten Jungen hier zum Ball. Es klang ein wenig wie das Lob an einen kleinen Jungen und trotzdem half es Tarzin über seine Verlegenheit hinweg. Für dich, sagte er und streckte ihr einen der beiden Blumensträuße entgegen. Da dies ein wenig brüst klang, versuchte er sich in Floskeln die Merton ihm ans Herz gelegt hatte. Du siehst sicher ganz bezaubernd aus, zumindest riechst du sehr gut. Ach, du kleiner Charmeur, sagte Lisa lachend, heb dir aber noch ein paar Komplimente für Winona auf. Sie hat sich unheimliche Mühe gegeben. Komm schon, Winona, ich gehe mal meinen Morag holen, der sitzt sicher vor dem Spiegel und hat die Zeit vergessen. Sie ging davon und ließ Tarzin und Winona zurück. Er hatte keine Ahnung, wo das Mädchen war, denn sie sagte nichts, roch nicht wie sonst und der Raum war solch ein chaotisches Durcheinander an Gefühlen, dass er sie nicht auseinander halten konnte. Zögerlich hielt er einfach den Strauß vor sich. Für dich, sagte er erneut und als ihm die Blumen aus der Hand genommen wurden, erinnerte Danke, flüsterte sie mit halberstickter Stimme. Ich habe auch was für dich, damit sie einfach selbst. Tarzin war viel zu verkrampft, um einen Witz über die Wortwahl zu machen und hätte es ein wenig später auch bereut. Sie tauschten ihre Geschenke. Eine Erinnerungsscheibe, sagte er verblüfft, nachdem er ein kleines Kästchen aus dem Geschenkpapier gewickelt hatte. Er kam sich ein wenig dumm vor, dass er Winona die Kette einfach so gegeben hatte und das zu Weihnachten des Verpackungsmülls. Danke, sagte Winona und klang wieder mehr wie sie selbst. Der Anhänger ist toll, welche Rune ist das? Glück, erklärte Tarzin und auch er entspannte sich ein. Das Geschenk war schon mal ein guter Tipp gewesen. Danke, Merton. Möchtest du die Erinnerungsscheibe nicht ansehen? fragte Winona. Wenn Tarzin dann komm. Winona zog ihn zum Fenster, aber statt sich aufs Fensterbrett zu setzen, nahm er lieber mit dem Boden vorlieb. So konnte er nicht tief fallen. Vorsichtig drückte er die Scheibe gegen seine Stirn. Plötzlich stand er in einem dunklen Raum. Vor ihm ein Mädchen in einem silbrig weißen Kleid mit kunstvoll geflochtenem schwarzen Haar, in dem weiße Bänder wehten. Die Haut des Mädchens hatte einen leuchtenden Bronzeton. Ihre schwarzglänzenden Augen faszinierten Tarzin am meisten, doch leider schloss sie die Lieder, beugte leicht die Knie und begann sich dann langsam zu drehen. Als sie damit fertig war, lächelte das Mädchen ihn an und bewegte die Lippen, wobei natürlich nichts zu hören war. Dann begann es von vorn. Und gefällt es dir? hörte er Wynona fragen. Beinahe hätte er gefragt, ob das Wynona sei, doch so dumm war er nicht. Du siehst wunderhübsch aus, sagte er ehrlich. Natürlich hatte er keine Vergleichsmöglichkeit außer den Geistern und den Gesichtern, die er mit seinen Fingern kannte, aber das hier war völlig anders. Besser. Rika hat es mit mir aufgenommen, erklärte Wynona hektisch. Als ich ihr von der Idee erzählte, war sie Feuer und Flamme. Es war aber extrem schwierig, jemanden zu finden, der das überhaupt noch anfertigen konnte. In Manchester haben wir dann eine alte Frau gefunden, die uns helfen konnte. Es ist ein tolles Geschenk, versicherte Tarsuin noch einmal. Wirklich, du bist viel schöner anzusehen als zusammen. Darf ich mal anfassen? Natürlich, sagte sie verlegen, aber sei vorsichtig, wir haben trotz Zauberei zwei Stunden dafür gebraucht. Wirklich sanft tastete er über das kunstvolle Gebilde aus Haaren und Schleifen. Wynona hatte im Hinterkopf einen großen Knoten, der von langen dünnen Zöpfen wie ein Spinnennetz umgeben war. Tarsuin war nicht in der Lage zu bestimmen, wo es anfing und wo es endete. Was ist damit eingeflochten? fragte er interessiert. Silberfäden, erklärte Wynona verlegen. Malisas Idee, aber da hatten wir die Erinnerungsscheibe schon gemacht. Sieht sich ja sehr besonders aus. Wie Magie, vermutete Tarsuin. He he kam Lisa mit Morik im Schlepptau zurück. Du machst dir doch nicht etwa meine Ballverabredung abspenst dich, Wynona? Das ist meiner. Deinen hab ich hier. Du siehst gut aus, begrüßte Morik Wynona schalkhaft. Ich muss sagen, du stichst Lisa locker aus. Übertreib es nicht, zischte Lisa gekünstelt thronend und hakte sich bei Tarsuin unter. Oder ich verbringe meinen gesamten Abend mit meinem perfekten kleinen Gentleman. Und ich mit dem schönsten Mädchen Ravenclaws, entgegnete Morik und Tarsuin vermutete, dass er im selben Moment Wynona abschleppte. Sie gingen hinunter in die große Eingangshalle, wo schon aufgeregte Hektik herrschte. Das konstante Murmeln der vielen Menschen war nur schwer, in einzelne Gespräche aufzuschlüsseln und so achtete Tarsuin nicht mehr darauf. Er war nicht hier, um zu lauschen und außerdem drehten sich doch sowieso alles um ein und dasselbe. Warum ist denn deine Tiki nicht mit heruntergekommen? So weit weg ist sie gar nicht, antwortete Tarsuin. Sie folgt uns heimlich. Warum? Weil sie neugierig ist. Ich glaube, sie hat eine vollkommen falsche Vorstellung von dem, was wir hier tun. Und was denkt sie? Äh, keine Ahnung, lugt Tarsuin. Lisa war schließlich keine enge Freundin und selbst wenn dem nichts so gewesen wäre, er hätte es trotzdem nicht erzählt. Das war ihm einfach zu peinlich. Hey Lisa, weg. Etwas näher war der Kommentar weniger freundlich. Hey Turpin, gab's keinen großen Jungs mehr, der geht dir auch kaum bis zum Kinn. Ignorier den Spinner, blüsterte Lisa Tarsuin zu. Ich hab dem schleimigen Notten Korb gegeben und jetzt ist er sauer, denn die meisten Slytherin Mädchen haben den Charme, das Aussehen und den Geruch einer Ziege. Und die Kerle sind noch schlimmer. Nicht alle, betonte Tarsuin entschieden. Ich hab ja auch gesagt die meisten, sagte Lisa und tattelte seinen Arm. Ich weiß doch, dass du da gute Freunde hast. Aber auch viele Feinde. Wen zum Beispiel? Von denen, die da sind? Regina und Aiden. Welche sind das? Regina ist halbrechts vor uns, bei der zweiten Rüstung rechts vom Eingang, die mit der leicht übertreten Stimme. Ich glaube, weiß, wen du meinst, murmelte Lisa und schien sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Komisch, ist die in meiner Klasse oder eine trüber? Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals gesehen zu haben. Sie ist in meinem Alter, erklärte Tarsuin. So? Lisa schien ein wenig überrascht. Ich habe sie mindestens ein oder zwei Jahre älter geschätzt. Hat die sich zurecht gemacht? Ich hoffe hässlich. Darf ich dich belügen? fragte Lisa. Ist egal, ich werde es hören, lächelte Tarsuin. Sieht sie also gut aus? Leider, gab Lisa zu. Sie ist trotzdem nur Oberziege, urteilte er. Sicher ist sie das, lachte Lisa laut auf. Komm, ich stelle dich ein paar Freunden vor. Warum folgen uns Winona und Morik nicht dahin? Indem wir es zu auffällig machen. Eine halbe Stunde musst du schon mit mir allein vorlieb nehmen. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen, versuchte Tarsuin es mit einem Kompliment. Aber nicht viel, oder? sagte Lisa ironisch. So war das nicht gemeint, war er sofort wieder verlegen. Warum war das alles so kompliziert? Nun werd doch nicht gleich rot, beruhigte das Mädchen ihn umgehend und dirigierte ihn weiter durch die Menge der Wartenden. Du kannst zwar Lügen hören, aber bei Scherzen versagt ab und an dein Radar. Es ist nicht immer einfach, maulte er ein wenig, vor allem war ich Mädchen. Man muss nur zuhören können und wollen, fand Lisa und Bül grüßte dann laut einige ihrer Freunde. Die aus Ravenclaw kannte Tarsyn halbwegs, die anderen maximal vom Namen her oder überhaupt nicht. Lisa schien nicht nur gegenüber Ravenclaws ein sehr offenes Wesen zu haben. Das neidete er ihr ein wenig. Eines hatte Tarsyn jedoch ihr voraus. Sie hatte anscheinend keinen einzigen Freund in Slytherin. Habt ihr gesehen, mit wem Victor Krumm da ist? sagte ein Mädchen und klang unpassender Weise recht säuerlich. Hermine Cranger, ich hätte ihm eigentlich einen besseren Geschmack zugetraut. Genau, pflichterte ein weiteres Mädchen bei. Sie ist fett, hat Haare wie ein Busch und Zähne wie ein Kanickel. Vielleicht ist Victor ja kurzsichtig. Also, ich sehe keinen dieser Makel, wagte ein Jungen anzumerken. Sie ist eigentlich ganz hübsch. Ganz hübsch, sagte das erste Mädchen und Tasyn spürte aufziehende Gefahr. Ähm, natürlich nicht so hübsch wie du, versicherte der Junge schnell und heimlich freute sich Tasyn darüber, dass anscheinend nicht nur er selbst durch ein Feld voller Fettnäpfchen tänzelte. Ich frage mich eher, was ihr Mädchen an Krum findet, sagte ein anderer mit einer sehr tiefen Stimme. Wenn man seine Das kannst du nicht verstehen, entgegnete Mädchen Nummer eins. Vielleicht sieht er nicht aus wie Cedric, aber dafür ist er cool und viel interessanter. Und berühmt, wagte Tasyn leise einzuwerfen. Das hat gar nichts damit zu tun, meinte Mädchen Nummer zwei, doch ihr Lachen zeigte, dass sie selbst wusste, was an dieser Aussage nicht stimmte. Einige Kommentare über die vier Hauptpersonen und ihre Begleitung später rief dann Professor McGonagall die Champions zu sich, während kurze Zeit darauf die Türen zur großen Halle geöffnet wurden und die Normalsterblichen, so wie Lisa sich ausdrückte, Platz nehmen konnten. Selbst in Tasyns Wahrnehmung funkelte die Halle in allen Schattierungen. Nicht, dass er viel sah, so heftig schien die Magie nicht zu sein, aber die Dekoration war etwas für alle Sinne. Es roch nach verschiedenen Pflanzen und ein wenig Harz, dazu brannten dezent im Hintergrund Räucherkerzen. Überall schienen kleine zarte Glocken zu läuten, das Lametta im Weihnachtsbaum raschelte, fast melodisch und der Flügelschlag der üblichen Weihnachtsveen war angenehm vertraut. Haben sie schön hinbekommen, fand auch Lisa. Komm, tun wir was fürs Prestige und sorgen dafür, dass die Bumatons nicht einen Inseltisch aufmachen. Zunächst hatte er keine Ahnung, was sie damit meinte, doch einige Sekunden später fand er sich an einem Tisch mit vier der französischen Schüler und einem Durmstrang wieder. Es war der Moment, wo er dank Merton erneut glänzen konnte, als er Lisa den Stuhl zurechtdrückte. Das hatte er heimlich ein wenig geübt und war froh, als es gut klappte. Tiki war nicht unbedingt die Richtige zum Trainieren gewesen. Außerdem hätte er sich die Mühe sparen können. Kaum dass Lisa sich gesetzt hatte, sprang sie auch schon wieder auf, um mit vielen anderen den Einzug der Champions mit Applaus zu begrüßen. Tarsuin verstand zwar nicht, warum alle damit so taten, als würden sie die jetzt zum ersten Mal sehen, aber aus Höflichkeit klatschte auch er mit. Wer ist dieser junge Mann neben Erry? fragte ein Bobaton freundlich. Lash, aber habe ich ihn noch nie gesehen. Das ist Percy Weasley, erklärte Lisa sofort. Letztes Jahr war er hier noch Schulsprecher. Jetzt scheint er fürs Ministerium zu arbeiten. Er ist hier, um den kranken Mr. Crouch als Richter zu vertreten, fügte Tarsuin hinzu, ohne Mitleid mit dem Minister zu empfinden. Und du kennst ihn? Nur vom Hören, erklärte Tarsuin schwammig. Er wollte nicht sagen, dass er es gerade eben aus dem Mund des jungen Weasley selbst gehört hatte. Und du bist Darsuin? fragte ein Junge. Nicht wahr? Ja. Ich kenne Anne, fuhrt der Bobaton unbestimmt fort. Sie hat von dir gesprochen. Glaub nicht alles, entgegnete Tarsuin. Ich übertriebe, treibe in meinen Briefen. Sie sagt, du könntest dir den Zauber? fragte der Junge lauernd. Da hat sie wohl mehr als übertrieben. Wehrte er ab. Pierre? Woher du wissen? Oh, verstehe, sie hat von mir geschrieben. Ja, hat sie, bestätigte Tarsuin und lächelte Pierre falsch an. Laut Anne war er kein netter Mensch und sie hatte ihn von seiner seltsamen Stimme gewarnt. Hat sie dir auch geschrieben, dass ich mich sehr für die Sinnessteigerungszauber interessiere? Nein, sagte Tarsuin diesmal die Wahrheit. Könntest du sie mir beibringen? Anne konnte sie noch nicht. Aber sie hat dir auch nicht das Buch gezeigt, in dem die Anleitung dafür steht, dachte Tarsuin bei sich. Die habe ich selbst noch nicht kapiert, Luca jedoch stattdessen. Wie schon gesagt, ich bin nicht so gut, wie Anne glaubt. Professor Flitwick ist manchmal der Verzweiflung nahe. Und auch Professor McGonigal war Flisa fröhlich ein. Letztens kamen wir in ihre Klasse und erwischten sie, wie sie fluchend die Überreste eines überdimensionalen und geplatzten Frosches entfernte. Dabei hatte sie aber ein schnatzgroßes Auge auf ihrer Hutkrempel übersehen. Als wir sie darauf hinwiesen, hat sie was von absichtlich und Glaubensbengel gemurmelt. Das nur, weil ich gerade Grenoullis auf der Speisekarte lese, was glaube ich Froschchenkel heißt, nicht wahr? Das ist richtig, erklärte das Puppertormädchen, welches schon einmal etwas gesagt hatte. Aber auch ein ganz furchtbares, wie man sagt, Glischee. Glischee, halb Lisa aus. Das heißt bei uns genauso. Es ist, als würde ich von jedem Schotten erwarten, dass er Haggis ist, da so ihn verdrehte die Augen. Habe ich probiert, schmeckt scheußlich, kommentierte er lachend. Aber der übliche Schotter an sich liebt es. Ich mag auch meinen Irish pflichtete Lisa bei. Aber ich bin wirklich fast dazu bereit, die Crenolis zu probieren. Ob ich sie nun für Zaubertränke zerlege oder esse, der Unterschied ist meiner Meinung nach nicht mehr so groß. Tarsuin tastete vorsichtig über seinen Platz, damit er auch er endlich über das Essen mitreden konnte. Da schon das Geschirr auf dem Tisch stand, befürchtete er, ein Glas umzustoßen. Doch die Speisekarte lag direkt vor ihm auf dem Teller. Was ist Boeuf Bouguignon, fragte er, weil er auch etwas Ungewohntes probieren wollte. Und was ist eine Soljanka? Das ist Rind in Weinsauce gekocht, erklärte Pierre freundlich, sehr gut und sehr sart, wenn es richtig gemacht wird. Und du musst nicht schneiden, man kann es ja nach Beilage mit dem Löffel essen. Tarsuin nickte dankbar und stellte intern fest, dass Pierre anscheinend doch einiges über und von Anne gelernt hatte. Die nächsten Worte des Jungen bestätigten dies dann noch einmal deutlich. An meinen Straftagen mit der Augenbinde war ich immer froh, wenn ich so etwas Einfaches zu essen gab. Ich finde, es klingt gut, sagte Tarsuin, aber der Alkohol ist rausgekocht, oder? Ja, natürlich, betonte Pierre, du musst dir keine Sorgen um dein Gleichgewicht machen. Weißt du auch, was eine Soljanka ist? Es steht Vorspeise dran, aber das ist doch alles. Irgendeine Suppe. Russisches Nationalgericht, möchte sich nun der bisher stille Durmstrang am Tisch ein. Es ist nicht eine Vorspeise in Heim. Tarsuin war viel zu lange selbst das Kind mit der lächerlichsten Aussprache in Hongkong gewesen, um dem Durmstrang sein holpriges Englisch anzukreiden. Nicht jeder war darin begabt. Schmeckt sie gut? fragte er freundlich. Da, ähm, ja, man isst mit weißem Brot, ganz weich, ist gut. Ich probier's mal, Speisebitte. Keine Sekunde später dampfte etwas vor seiner Nase, was ein wenig nach Zitrone und saurer Sahne roch. Interessant, murmelte er und fand auf dem Teller rund ein Stück Weißbrot. Der Geschmack erinnerte Tarsuin an nichts, was er bisher jemals gegessen hatte, aber es war nicht übel. Also, meins schmeckt gut, verkündete er dann, weil der Durmstrang Junge sicher Ihr Gesicht spricht, wie sagt ihr Bände, lacht Pierre durchaus sympathisch. Kann ich mal probieren, Lisa, fragte er und bekam sofort einen Teller zugeschoben. So schlecht ist es gar nicht, verkündete er nach deiner Kostprobe. Man schmeckt eigentlich nur die Soße und Gewürze. Du kannst es haben, erklärte Lisa hoheitsvoll. Ich versuche lieber was anderes. Und so ging es weiter. Die Hogwarts-Schüler wagten sich an die fremdartigen Gerichte und auch die Gäste zeigten sich sehr experimentierfreudig. Schon nach fünf Minuten wurden Teller mit Kostproben herumgereicht, heimlich was ins Taschentuch gespuckt und über verzogene Gesichter gelacht. Das mochte zwar dem Anlass entsprechend ein wenig unpassend sein, wahrscheinlich was stilvolles und elegantes Speisen mit seichter Unterhaltung angebrachter, aber dafür fand Hasuin saß er an dem Tisch, der meisten Spaß hatte. Am Ende des Festessens hatte er nicht nur Soljanka und Froschhenkel probiert, sondern auch Blini, Tarator, Piroggen, Escargot Catalan, Cargolada, Casulet und Coq Aubure. Natürlich immer nur ein paar kleine Bissen, denn sonst wäre er geplatzt und er war sich bewusst, dass er mit seinem Bauch heute noch tanzen und sich dabei drehen musste. Ihm wurde schon bei dem Gedanken daran schlecht. Zum Glück beendete Professor Dumbledore das Fest mal bevor es ausartete. Meine Gäste, Schüler, rief der Professor über das Gemurmel hinweg. Sicherlich hatten nicht viele außer Tarsuin das leise Schlagen des Löffels gegen ein Glas gehört. Ich hoffe, ihr seid nun alle satt, oder gibt es noch Ausnahmen? Ein behagliches Murmeln beantwortete die Frage. Nun, dann möchte ich sie alle bitten aufzustehen. So schwer es dem einen oder anderen auch fallen möge, denn wir brauchen Platz für die Band und den Tanz. Lautes Stühlerücken zeigte, dass der Bitte des Professors Folge geleistet wurde. Natürlich auch von Tarsuin. Kurz danach blitzte Magie auf. Tarsuin hörte, wie sich die vielen Tische und Stühle wie von selbst aus der Mitte des Saals zurückzogen und in einem großen Halbkreis neu und viel enger nahe den Wänden aufstellten. Ein noch helleres magisches Leuchten an einer der anderen Wand folgte und Sekunden später hörte er Menschen dorthin laufen. Schüler und vor allem Schülerin kreischten und klatschten Ohren betäubend und das Einzige, das Tarsuin verstand, war, dass die Menge wohl die Schwestern des Schicksals erkannt hatte. Er kannte die Band aus seinem Zauberer Radio und musste gestehen, er war weniger begeistert. Schließlich benutzten sie oft Dudelsäcke und für die konnte sich sein Gehör irgendwie noch immer nicht erwärmen, so sehr es auch versucht hatte. Jetzt wird getanzt, fragte er Lisa. Gleich hielt sie ihn zurück. Erst mussten wir den Champions die Gelegenheit geben, sich bis auf die Knochen zu blamieren. Musik begann zu spielen. Sie sehen wundervoll aus, mummelte ein junger Neid erfüllt. Und Harry so, als würde er lieber zu den Hauselfen versinken, sagte einer der Weasley Zwillinge. Komm, Tarsuin, lösterte Lisa nach rund einer Minute, schenken wir ihnen die Erlösung von dieser Peinlichkeit. Und was ist mit meiner Peinlichkeit, hätte Tarsuin an einem normalen Tag gefragt. Stattdessen trat er vor Lisa, ohne deren Hand loszulassen, verbeugte sich tief und sagte klar und deutlich die gelernten Zauberer Worte Darf ich bitten? Aber gerne, entgegnete Lisa, als wäre sie überrascht. Eine halbe Drehung später hatte sie schon völlig das Kommando übernommen. Tarsuin störte das überhaupt nicht. Die Musik war angenehm ruhig und Lisa führte auf dieselbe Weise. Er genoss es sogar, sich ihr anzuvertrauen. Es war wie zu fliegen, nur ein wenig berauschender. Das langsame Tränen rief ein seltsam leichtes Durcheinander hervor und auch die Gefühle um ihn herum waren sehr schön. Niemand schien im Moment streiten zu wollen. Als sie an Professor Moody's pochendem Holzbein vorbeitanzten, musste Tarzuin lachen. Was ist? fragte Lisa. Moody erklärte Tarzuin so leise, wie es die Musik zuließ. Er kann anscheinend wirklich gezielt durch Kleidung schauen. Ich hab's geahnt, murmelte Lisa schicksals ergeben. Dich stört das auch nicht? fragte Tarzuin verwundert. Manchmal schon, gestand sie, aber wenn er daraus Befriedigung zieht, dann zeigt er es niemals. Außerdem glaube ich, er hindert sich selbst daran, es auszunutzen. Oder aber sein Auge und sein Bein sind nicht die einzigen Körperteile, die ihm abhanden gekommen sind. Du meinst, entfuhr es Tarzuin und er wurde rot. Das ist nur eine Theorie, um den Gedanken an sein Auge besser zu ertragen, lachte Lisa. Denk einfach nicht dran, Modi war ein Auro und wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was man sich über ihn erzählt, dann hat er hohe moralische Grundsätze. Hab keine Angst. Hab ich nicht. Dann schauen wir mal, was du gelernt hast. Tarzuin fühlte sich ein wenig fester gefasst und auch näher an dieser gezogen. Dann begann sie eine komplizierte Schrittfolge, mal rechtsherum, mal links, vor, zurück und zwischen einer Menge sich einfach nur im Walzertakt drehenden Paar hindurch. Es war eindeutig, dass sie angab und es genoss, wie gut sie tanzen konnte. Tarzuin fühlte sich ein wenig wie eine Marionette und fand es sogar sehr angenehm. Er hatte Lisa in den Stand des Berühren Dürfens und sich dabei gut fühlens erhoben. Sie war einfach nur nett und sehr mit, wenn nicht gar hinreißend. Die langsame harmonische Musik endete und wurde durch etwas Schnelleres ersetzt, das auch nicht so schlecht klang, weil es nur ein wenig von den Dudelsäcken Gebrauch machte. Er biss die Zähne zusammen lächelte und war froh, ein etwas Abstand zu Lisa zu gewinnen. Auch wenn sie jetzt mehr oder weniger auf einem kleinen Bereich tanzten, so hatte er inzwischen einiges mehr gelernt, als nur von einem Bein auf das andere zu schaukeln. Es brauchte nur eine halbe Minute und drei Rempeleien und schon hatten sie genug Platz dafür. Tarsyn fühlte, wie langsam echtes Vergnügen in ihm aufstieg. Das lag sicher auch ein wenig an ein oder zwei bewundernden Kommentaren über ihn und seine hinreißende Begleitung. Er würde es niemandem gegenüber zugeben, aber das gefiel ihm sehr. Fünf Lieder später hatte sich die Geschwindigkeit der Musik so gesteigert, dass Lisa und er ein wenig erschöpft keuchten und da gerade ein sehr langsamer, geradezu einschmeichelnder Song begann Möchtest du was trinken? fragte Lisa dicht an seinem Ohr. Ja, war er froh über die Unterbrechung. Und danach darfst du Winona auffordern, blisterte sie. Wie großzügig von dir, sagte er und fühlte plötzlich einen Eisblock im Magen. Tja, so bin ich nun mal, dachte sie ironisch und zog ihn zu den Stühlen. Fast zeitgleich hörte er Morag und Winona das gleiche Ziel ansteuern. Was wollt ihr trinken? fragte der ältere Junge sofort. Lisa und ich holen es euch. Butterbier, antwortete Winona sofort. Bist du dafür nicht noch zu jung? meckte Morag. Wer nach Hogsmeade darf, darf auch Butterbier trinken, führte Winona überzeugt an, obwohl Tarsuin sich nicht an eine solche Regel erinnern konnte. Leider. Und du Tarsuin? Saft? Egal welchen? Ja. Die beiden zogen ab und hinterließen zwei Stimme Trittklässler. Tarsuin saß auf seinem Stuhl, hatte die Hände zwischen die Knie gequetscht und wünschte sich, Winona würde etwas sagen. Gemeinerweise blieben auch Lisa und Morag viel länger weg, als es mit Getränkeholen zu begründen gewesen wäre. Als Tarsuin sich dann endlich ein Herz fasste, willst du, stammelte er möchtest du begann Winona gleichzeitig. Beide verstummten wieder. Tarsuin fand diese Situation so verwirrend. Da vertraute er seiner Freundin alles an, machte sich relativ wenige Gedanken, wenn sie ihn mal fast unbekleidet sah und trotzdem fiel es ihm unendlich schwer, sie jetzt vernünftig anzusprechen. Das war doch kindisch. Ich begann er wir sagte sie schon wieder im selben Moment. Warum zum Teufel konnte sie nicht erkennen, wenn er endlich genug Mut gefasst hatte, um etwas zu sagen. Das musste sie doch sehen. Du zuerst, sagte er schnell. Nein, du, entgegnete sie fast erschrocken. Wenn das so weiter ging, würde das eine sehr lange und bewegungsarme Nacht werden. Okay, bevor wir Spinnweben ansetzen, sagte er und lächelte möglichst gewinnend, ich wollte dich zum Tanzen bitten hier. Schon, aber sie spielen gerade so langsames Zeug. Aber das ist doch am einfachsten, verstand Tarzin nicht ihr Problem. Das haben wir doch geübt. Ja, aber hier sieht man uns. Und? Na, das ist irgendwie... Tarzin runzelte ein wenig die Stirn. Möchtest du nicht mit mir gesehen werden? fragte er und bedauerte seine Worte fast sofort. Sie taten ihm selbst weh und anscheinend Winona auch. Das stimmt nicht, sagte sie, in ihrer Stimme fehlte aber der angebrachte Biss, den man mit ihr verbannt. Langsam wurde ihm etwas seltsamer zumute. Er verstand es nicht, dass jetzt sie plötzlich ein Rückzieher machte. Sie hatte sich so darauf gefreut, Tarzin dazu gezwungen und ihn dazu gebracht, sich darüber zu freuen. Und jetzt hatte sie plötzlich Angst vor ein paar Augen, die sie ansahen. Komm, fasste er einen Entschluss, hielt ihr die offene Hand hin und als diese auch ergriffen wurde, stand er auf, zog sie auf die Beine und dann begann er ehrlich zu übertreiben. Winona, würdest du, das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe, mir die Freude und Ehre erweisen, mit mir tanzen, um mich dabei zu führen, endlich durch. Dann führte sie ihn zur Tanzfläche und nach einem kurzen Moment der Irritation über den Sicherheitsabstand ließen sie diesen zum ersten Mal weg. Das fühlt sich seltsam an, stellte Tarsuin verwundert fest und zuckte beinahe zusammen, als ihre Wangen sich kurz berührten. Langsam drehten sie sich im Kreis. Er hatte die Arme um ihre Hüfte gelegt. Lisa hatte gesagt, dass normalerweise das Mädchen nun den Hals des Jungen umschlang, aber da Winona größer als er war, hätte das nicht funktioniert. Und so lagen ihre Ellenbogen über den Sein und etwas über Hüfthöhe, wobei ihre Hände auf seinen Schultern lagen. Wie konnte man eine solche Berührung nur so angenehm und gleichzeitig so unbehaglich sein? Er hoffte, Winona würde sich beschweren, wenn er etwas Falsches tat. Das nächste Lied der Schwestern des Schicksals war dann jedoch zum Glück wieder deutlich peppiger und all die mühsam verdrängte Verlegenheit verflog endgültig. Außerdem musste Tarzin sich jetzt viel mehr auf die Bewegung konzentrieren, denn Winona führte bei weitem nicht so routiniert wie Lisa oder sie kam selbst mit den Schritten durcheinander. Am Anfang schien das Mädchen sich darüber zu ärgern, am Ende des Liedes lachten sie beide nur noch. Nach gut einer Stunde waren sie dann zwischenzeitlich erschöpft und sie spazierten draußen vor der Eingangshalle in einem magischen Park oder, wie Winona erklärt hatte, in einer Grotte. Natürlich war alles nur eine Illusion und auch die Temperatur spiegelte nicht unbedingt die Wirklichkeit wider. Ansonsten wäre es wohl nur schwer möglich gewesen, in der Beikleidung nicht zu erfrieren. Sie saßen auf einer der vielen Bänke, umgeben von magischen Rosen, die auch nichts in dieser Jahreszeit verloren hatten und schwiegen wieder einmal. Jedoch hielt Winona die ganze Zeit seine Hand und er konnte nicht behaupten, dass es ihm unangenehm war. Nur vergaß er für einen Augenblick, dass sie ihn ansehen konnte. Ein Penny für deine Gedanken, sagte sie leise. »Warum?« murmelte er halb abwesend. »Weil du plötzlich traurig bist,« erklärte das Mädchen. »Böse Erinnerung?« Langsam schüttelte er den Kopf. »Zumindest nicht meine,« stand er zögerlich und straffte bewusst seine Schultern. »Es ist schon vorbei.« »Willst du es mir nicht sagen?« drängte sie. »Ich habe noch keinen Penny in meiner Hand,« versuchte er sie davon abzubringen. »Du weißt genau, dass ich keinen dabei habe,« fuhr sie ihn an, kicherte und dann schubste sie ihn an der Schulter. »Also, du musst heute tun, was ich will.« »Es ist nur Marianne,« sagte er. »Das erzähle ich dir morgen, okay?« »Jetzt wäre es mir lieber,« lehnte sie ab. »Du bist heute in ganz anderer Stimmung. Vielleicht redest du so mehr. Ich will dir aber nicht den Abend. »Das war zwar noch nicht der Abschied, aber war das jetzt nach Merton ein guter Moment für den Kuss? Tarsuin wünschte es sich fast, dann hätte er es hinter sich gehabt und Winona wäre vielleicht mundtot. Er rettete sich mit einem Kompliment. Das war laut Merton nie falsch. »Das liegt an meiner tollen Begleitung«, sagte er und meinte es auch ehrlich. Er hatte sich bisher wirklich gut amüsiert und mit ihr zu tanzen gefiel ihm sogar viel mehr als mit Lisa. Dass jetzt ungefragt blöde Gedanken störten war völlig unpassend und sicher war der Nach daran schuld. »Trotzdem bist du traurig«, sagte Winona. »Naja«, erklärt er ihnen nun dann doch. »Weißt du, heute ist Marianne zu Oliver begegnet? Ähm, natürlich nicht heute, sondern vor 100 Jahren, so ungefähr. Also heut vor. Ich hab schon kapiert. Okay, und sie hat heute auch aus dem Becher getrunken. Warum eigentlich? fragte Winona neugierig. Weil alle furchtbar gemein zu ihr waren. Niemand in der gesamten verdammten Schule wollte ihr Freund sein, brach es plötzlich aus Tarsin heraus und fast wäre er laut geworden. Die haben sie alle wie Luft oder Abfall behandelt, besonders die Slytherins. Sie haben sie ausgelacht, weil sie abgetragen und unmodische Kleidung trug, sich nicht richtig ausdrücken konnte und niemals streit wollte. Sie haben Marianne eingeredet, kein Slytherin würde den anderen verraten, haben dann aber bei jeder ihrer Verfehlung Marianne als Sündenbock benutzt. Natürlich heimlich und weil sie jedoch das mit dem Nichtverraten ernst nahm, hat sie die ganzen Strafen ertragen. Und ich sage dir, damals war es mit Sätze schreiben und ein wenig putzen oder Gartenarbeit nicht getan. Die Strafen, die Fülde sich immer zurückwünscht, hat es wirklich gegeben. Und die Lehrer hatten sie dann dadurch auch irgendwann auf den Kieker, weil sie Marianne für den Quell allen Übels hielten. Deshalb wurden die Strafen mit der Zeit immer einprägsamer. Hat denn keiner das Rückgrat gehabt, ihr zu helfen? Nein, schüttelte Tarsuin traurig den Kopf. Kurz vor Weihnachten, ihre Eltern wollten sie nicht zu Hause haben, war da ein Junge, der nett zu ihr war, und da hat sie sich richtig Hoffnung geschöpft. Aber der Junge hatte alles nur gespielt. Er lud sie zu einer Geburtstagsfeier ein, sie machte sich hübsch, und auf der Feier belegten sie Marianne mit einem Imperius und die ganze Zeit haben sie gelacht und sie das Hoch das Röckchen Marie gerufen. An dem Tag habe ich meine Zaubertränke Hausaufgabe aus Versehen abgefackelt. Das haben sie ihr wirklich angetan? sagte Winona, und obwohl sie leise sprach, klagen sie, als würde sie nur schwer Wut unterdrücken. Tarsuin hatte plötzlich das Gefühl, neben einem Schnellkochtopf zu sitzen. Er hatte ja gewusst, dass es ein Fehler war. Ja, leider. Und an dem Tag ist sie Sir Early begegnet? Nein. Als man sie endlich in Ruhe ließ, ist sie in den Wald gelaufen. Das war drei Tage vor den Weihnachtsferien und wenn ich es richtig verstehe, hat niemand sie ernsthaft gesucht. Sie ist nämlich gar nicht weit in dem Wald gelaufen, sondern wollte einfach nur, dass man sich Sorgen um sie machte und nach ihr suchte. Sie wollte gefunden werden, aber als das niemand zu kümmern schien, lief sie dann endgültig weg. Und dann? Naja, im Grunde genau das, was mir beinahe passiert ist. Sie hörte bloß das Lied nicht so gut und es brauchte Hunger und ein wenig Fieber, dass sie es doch irgendwie mitbekam. Sie schleppte sich hat. Sie hat zu Oliver alles geglaubt. Freiwillig, aber ahnungslos, das Einhornblut als eine Art Medizin getrunken und weil es sofort wirkte, hat sie auch nicht daran gezweifelt. Sie hatte niemanden, der sie warnte. Sie hat sich gefühlt, als wäre sie im Paradies. Freunde, Lehrer, die sie lobten, Bücher, die über sie alles liebte. Ihr war völlig egal, dass sie sie blieb drei volle Monate bei den Geistern und war die ganze Zeit glücklich. Es ist so traurig, dass sie nur bei denen glücklich sein konnte, murmelte Winona und Tarzuin hatte den Eindruck, dass sie mehr zu sich selber sprach als zu ihm. Welch beschissene Ironie, nicht? fluchtete Tarzuin. Und was geschah dann? fragte das Mädchen. Ich weiß es nicht, bestand niemals wieder allein. Ich stehe im Moment eher vor der Entscheidung, ob jemals wieder, schüttelte Tarzuin den Kopf. Das kann nur noch schlimmer werden. Du machst dir Gedanken, ob du an ihrer Stelle nicht auch angenommen hättest, erkundigte sich Winona beinahe hellsichtig. Nicht wahr? Nein, ich weiß, dass ich an ihrer Stelle auch angenommen hätte. Ich hätte es ja auch so schon beinahe. Quatsch, hättest du niemals. Da irrst du dich. Aber dass ich es nicht getan habe, verdanke ich Rika, dir, Marianne und den anderen Ravenclaws. Ich hatte Familie und Freunde. Alles anfangs nicht gerade zahlreich, aber ich hatte sie. Das hat den Unterschied ausgemacht und wenn ich mich etwas frage, dann nur, was passiert wäre, wenn ich euch nicht gehabt hätte. Solche Gedanken machen dich doch nur verrückt, tat Winona es ab und drückte entschieden seine Hand. Komm, gehen wir zurück zum Hört auf damit, rief eine Stimme laut, aber aus einiger Entfernung. Zunächst dachte Tarsuin, er und Winona wären gemeint. Doch dann fuhr der Rufer, den er als Aiden erkannte, fort. Lass meine Freundin los! Noch bevor Tarsuin überhaupt wusste, was geschah, zog ihn Winona von der Wer ist dieser Durak, Regina? fragte eine ältere Jungenstimme mit schwerem Durmstrang-Akzent. Nur ein Junge, der sich eingebildet hat, er hätte ein Recht auf mich, sagte Regina Koslow abfällig. Er hat es wohl nicht verwunden, dass ich seine Einladung zum Ball abgelehnt habe. Abgelehnt? fauchte Aiden ein wenig leiser. Du hattest zugesagt, es war abgemacht, doch dann hast du ein deutlich attraktiveres Sie ist ein Aiden, Vasily ist einfach älter, hübscher und mehr zauberer als du. Danke sehr, sagte der Durmstrang namens Vasily. Kleiner Junge, geh in dein Bett und warte, bis dir ein Bart wächst. Du Witzfigur kommandierst mich nicht herum. Bekommst du keine in deinem Alter ab, dass du eine 14-Jährige abknutschen musst? Ich bin mehr Zauberer als du und wenn es nicht in der Schule verboten wäre, würde ich dir das beweisen. Damit redet man sich wohl hier in Hogwarts immer heraus, wenn man nicht den Mut hat, vermutete Vasily und klang inzwischen ziemlich gereizt. Wir in Durmstrang regeln unsere Probleme noch auf die althergebrachte Weise. Dann machen wir es doch, antwortete Aiden wütend. Wenn ihr es dürft, dann hab ich keinerlei Probleme, dir mal zu zeigen, dass wir hier in Hogwarts mehr auf dem Kasten haben, als ihr Elfenhirner aus Durmstrang. Na dann los, du kennst die Duellregeln, forderte Vasily. Nicht hier, ihr beiden, schimpfte Regina. Es wäre ja wohl unmöglich für unsere beiden Schulen, wenn ihr dabei erwischt werdet. In Hogwarts ist es verboten und ihr wüsst überhaupt nicht wo. Dann auf dem Schief, sagte Vasily, Anscheinend in einer plötzlichen Eingebung. Da ist es erlaubt, solange diese kleine Wanze in der Lage ist, sich an die Regeln zu halten. Ich bin mir sicher, du machst ihm klar, dass er mich in Ruhe zu lassen hat, war Trigina kaltschnäuzig. Abwarten, brummte Aiden wütend. Die zwei Slytherins und der Durmstrang stampften von Tarsuin und Winonas versteckter Vorden. Nona zu. Aber Theresa wird es sicher freuen, dass Regina ihn hat fallen lassen. Und das dann auch noch so toll nach Slytherin Manier. Einfach abgelegt für die bessere Gelegenheit. Ich weiß nicht, murmelte Tarsuin bei sich. Irgendwas war falsch. Natürlich war das falsch, aber hast du wirklich was anderes von Regina erwartet? Das meinte ich nicht, korrigierte er. Aiden und sie waren einfach nur viel beherrschte als sie klang. Warum sollten sie dann diese Scharade abziehen? Für uns? Aus welchem Grund? Warum soll es immer nur um uns gehen? stellte Tarsuin die Gegenfrage. Immerhin bekommen die beiden eine Einladung zu einem Ort, an dem noch keiner von uns war. Und wozu? Keine Ahnung. Hast du nicht mal daran gedacht, wie es dort aussehen mag? Ich war eher neugierig auf die Kutsche, meinte Winona, aber das Schiff ist sicher interessanter, besonders für Slytherins. Aber die gehen doch nicht nur wegen der Neugier hin. Regina ist im Grunde ihres Herzens feige, sie schleicht sich nicht auf fremdes Hoheitsgebiet. Sie wird schon ihren Grund haben, sagte Tarsuin und erinnerte sich jedoch gerade noch rechtzeitig daran, dass ihm das heute nicht zu interessieren hat. Nur werden wir den ein andermal erkründen. Lass uns wieder reingehen. Willst du denn nicht wissen, was sie vorhaben? fragte Winona verwundert. Schon, gab er zu, aber ist das der Tag dazu? Was kann ich dafür, dass Regina sich gerade heute Nacht aussucht? Muss das wirklich sein? fragte er unsicher. Das Böse ist halt unheimlich rücksichtslos, schimpfte sie übertrieben und schienen das sogar zu genießen. Wir könnten auch einfach petzen gehen, schlug Tarsuin vor. Also das will ich jetzt eben nicht gehört haben, erklärte Winona entsetzt. Petzen, pah, so weit kommt's noch. Selbst bei so einer niederen Kreatur wie Regina kommt dies nur in ganz seltenen Fällen infrage. Ja, aber heute war Tarsuin noch immer unsicher. Alle hatten ihm geraten, Winona wie seine Königin zu behandeln. Doch dass dies einen kleinen, sicherlich ganz legalen Ausflug beinhaltete, war ihm bisher irgendwie entgangen. Außerdem sind wir völlig unpassend gekleidet. Als ob das für uns Zaubereien ein Problem darstellt, lachte sie und zog ihn zum Ausgang der künstlichen Krotte. Ich verwandle unsere Sachen vorübergehend in etwas Dunkles, Warmes und Praktisches. Nicht, dass mit den teuren Klamotten was schief geht, murmelte Tarsuin unglücklich. Hey, ich hab das im Griff. Im Gegensatz zu deiner Schnecke verschwinden meine Versuchsobjekte nicht, wenn ich sie in ihre Ursprungsform zurückverwandle. Du bist halt in Verwandlung viel besser als ich, schmeichelte Tarsuin. Und als Theresa, ergänzte Winona. Und als Theresa, bestätigte Tarsuin lachend und fand sich endlich mit dem ungeplanten Vorhaben ab. Verwandle also unsere Sachen, aber vergiss bitte die Kapuze für Tiki nicht. Ist sie denn hier? fragte Winona. Zur Antwort brach ein kleiner Wirbelwind durch ein Gebüsch und landete in Tarsuins Armen. Tiki wird mich doch nicht in meiner schwer schönsten Stunde alleine lassen, zwinkerte er verschlagen. Wenn das Mädchen schon lieber Unsinn machte, als zum Ball zu gehen, dann konnte er sich auch so wie üblich benehmen. Sei vorsichtig, was du sagst, solange ich den Zauberstab auf dich gerichtet habe, kicherte Winona und dann verzauberte sie seine festliche Kleidung in Stiefel, eine dicke Arbeitshose und einen Parka mit Fellkapuze. Tiki fiff begeistert und sprang von seinen Armen direkt auf die Schulter und von da in die Kapuze. Sie fühlte sich sofort wohl und wenn Tarso ihn richtig verstand, wollte sie ab jetzt immerhin so ein kuscheliges Transportmittel für den Winter. Nachdem auch das Mädchen sich die Kleidung passend gezaubert hatte, machten sie sich auf den Weg aus der künstlichen Grotte in den kalten Winter und hinüber zum Schiff. Dabei schlugen sie jedoch einen großen Bogen, um keine Spuren im Schnee zu hinterlassen, die direkt zum Heim der Durstrahams führen würden. Stattdessen spazierten sie zu Hagrid's Hütte, gingen etwas abseits zum Strand und von da erst zum Schiff. Da es noch nicht allzu kalt war, war der See noch nicht zugefroren und somit gab es keinen anderen trockenen Weg als die Seite mit der Gangway. Da ist einiges an Magie ringsherum, sagte Tarso ihn. Das sind bestimmt auch Abwehrzauber gegen ungebetene Ich bin nie davon ausgegangen, dass wir die schöne, breite Gangway benutzen können, da bräuchten wir wie Regina jemanden, in Deckung. Ein wenig unsanft wurde Tarso ihn herumgezehrt und Sekunden später hockte er mit den Stiefeln im Wasser, bis auf das Blätschern des Wassers hörte er nichts und er fühlte auch niemanden. Was ist? fragte er leise. Ich weiß nicht, murmute Winona. Ich hatte plötzlich nur ein Gefühl, als würden wir beobachtet und dann ich weiß auch nicht. Ziemlich unsicher warteten sie eine Minute und wollten gerade wieder unter der Gangway hervortreten, als schwere, knirschende Schritte zu hören waren. Das ist Karkaroff, flüsterte Winona. Er sieht irgendwie strange aus. Tarso ihn konnte das nur nickend bestätigen. Karkaroff murmelte irgendwelches Zusammenerlanghose das Zeug. Er ist auf dem Weg, muss planen, vielleicht noch verhindern. Wie viel Zeit, nichts anmerken lassen, verfluchter Severus. Gut, den letzten Satz konnte Tarso ihn nachvollziehen. Aber der Rest? Karkaroff stank förmlich nach Sorge, die kurz davor schien in offener Angst oder Panik umzuschlagen. Das brachte ihn auf eine Idee. Er tippte Winona auf die Hand, damit sie ihn ansah und legte seinen Zeigefinger auf die Lippen, ohne das dazugehörige Psst-Geräusch zu machen. Er holte seinen Zauberstab hervor und dann verzauberte er wortlos und nach einigen Tasten ihre beiden Schuhe. Normalerweise war das nicht seine Aufgabe und der Erfolg eher verwunderlich, aber er war der Einzige, der ohne Worte zaubern konnte. Zauberstabgesten reichten manchmal völlig, wenn er wirklich passend empfand. Und im Moment wollte er auf keinen Fall erwischt werden, nicht an Weihnachten. Trotzdem machte es sich langsam ein wenig Neugierde in ihm breit, nur aus anderen Gründen als bei Winona. Er griff das Mädchen fest bei der Hand und als er Karkaroff auf den Gangway hörte, gingen sie einfach hinterher. Das mochte sehr gewagt klingen, war es aber nicht. Tarsuin hatte an seinem eigenen Beispiel gelernt, wie unaufmerksam jemand war, dessen Gedanken ganz woanders waren. Außerdem würde es wohl kaum einen großen Aufstand geben, wenn sie schon am Eingang erwischt wurden, wie sie fast offiziell an Bord schlenderte. Man konnte so immer noch behaupten, sie hätten Karkaroff gefragt und sein Murmeln falsch interpretiert. Doch das war gar nicht nötig. Der Direktor Durmstrangs war so abgelenkt, dass er selbst eine Herde Büffel wahrscheinlich nur hatte dann wahrnehmen können, wenn sie über ihn hinweggestampelt wären. Kaum an Bord übernahm wieder Winona die Führung. Sie folgten Karkaroff nach rechts, der ein Wort in einer unbekannten Sprache murmelte und dadurch eine Tür verspannt. Tarsuin legte sein Ohr an das Holz und konnte so die schweren Schritte des Mannes hören, wie er eine Treppe nach oben ging und dann durch eine weitere Tür öffnete. Wir können, murmelte Tarsuin. Karkaroff ist nach oben. Gut, dann wollen wir selbst mal. Ispeshoff, versuchte es Winona. Nichts geschah. Deine Betonung ist falsch, korrigierte Tarsuin. Irpeshoff. Das Klacken eines Schlosses war zu hören. Was für eine miese Sicherheit, murmelte Winona. Nicht schlechter als unsere, meinte Tarsuin darauf. Denk an Black letztes Jahr. Passau mir bitte nicht mein Überlegenheitsgefühl mit Fakten, kicherte Winona und öffnete vorsichtig die Tür. Tiki, neugierig wie immer, sprang aus seiner Kapuze und rannte vor. Ein neues, unerforschtes Gebiet öffnete sich eben für sie und sie war begeistert. Gut, suchen wir Regina und finden raus, was sie vorhat. Sie traten ein und schlossen leise wieder die Tür. Eigentlich wollte Tarsuin weiter Karkaroff belauschen, aber trotz allem, seine Königin für einen Tag hatte einen Befehl gegeben. Er musste bei dem Gedanken breit grinsen. Was ist? fragte sie. Nichts, log er und war sich sicher, sein Gesicht sagte etwas anderes. Tarsuin gab sich keine Mühe, es zu verbergen. Kannst du dich hier orientieren oder brauchst du meine Hand? fragte Winona. Es geht, fand er und schaute sich um. Das Schiff ist noch jung. Was bedeutet, es fühlt sich nicht so lebendig an wie Hogwarts, aber dafür braucht es mehr aktive Energie. Verstehe, wegen dem Tauchen und so. Genau. Wo denkst du, finden wir Regina? Tiki ist eine Treppe runter, sagte er zur Antwort. Wie immer hat sie gewählt. Okay, dann runter. Vorsichtig, schlichen. Der Boden knarrte. Verflucht, entfuhr es Tarsuin. Nicht mal fünf Minuten. Tja, wir sind beide nicht Theresa, beruhigte Winona und diesmal verzauberte sie die Schuhe. Erst dann erlaubten sie sich, über den Holzboden weiterzugehen. Ein wenig erstaunt war Tarsuin darüber, wie eng es innerhalb des Schiffes zuging. Er hatte sich inzwischen so daran gewöhnt, dass die Wohnungen von Zauberern und Hexen immer größer waren als außen, wenn man mal von Katas Bruchbude absah. Doch hier schien das Außen und das Innen zufälligerweise übereinzustimmen. Nicht besonders einladend hier, murmelte Winona. Alles sehr rustikal. Wenigstens keine Bilder, die uns verraten können, blösterte Tarsuin. Und von Heizen scheinen die ja auch nicht viel zu halten, beschwerte sich Winona, wo sie doch eigentlich froh sein sollte, weil sie die Kleidung so warm gezaubert hatte. Langsam schlichen sie einen langen Gang entlang, der direkt unter dem Mitteldeckel liegen musste. Links und rechts gingen Türen ab, die alle verschlossen waren. Das prüfte Winona aber immer erst, nachdem Tarsuin und Tiki intensiv gelauscht hatten. Am Bug angekommen gab es wieder Stufen nach oben und nach unten. Tiki rauschte ohne zu fragen die Treppe hinab. Unten dann waren alle Türen offen und es gab deutlich weniger davon. Ein Klassenraum, erklärte Winona bei der ersten Tür. Mein Gott, die haben einen ausgestopften Kerberross. Was ist das? fragte Tarsuin. Ein mehrköpfiger Höllenhund, aus dessen Rücken Schlangenkörper mit Köpfen wachsen. Er gibt eine ganz miese Medizin, glaub mir. Woher weißt du das? Ist doch eigentlich nicht dein Spezialgebiet. Ich sag nur, sieben Jahre alt, Urlaub in Griechenland, Besuch eines Klosters, Zauberstab gemopst, auf Erkundungstour gegangen, gefährliche Bestie freigelassen, Chaos, Panik, kleine Großwildjagd, Betäubungszauber, Gardinenpredigt, vier Wochen, Stubenarrest nach dem Urlaub. So mal ganz grob. Tarsuin verkniff sich einen Kommentar, aber nicht das Grinsen. Winona schien das zu ignorieren. Wow, schau doch mal, was die hier alles haben. Zauberreflektoren, Spikroskope, riesige Runentafeln, Kristallkugeln. Die können hier jeden Unterricht abhalten, den sie wollen. Ich denke, das machen sie auch, kommentierte Tarsuin. Kein Lehrer lässt zu, dass Schüler ein Schuljahr lang nur rumfaulinsen. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Aber was interessiert mich das eigentlich? Wir müssen Regina finden. Schon die nächste Tür hielt die interessante Situation für sie bereit. Eine Plansche, sagte Winona. Eine Duellbahn. Und da, da liegt wer, ist die hastet in den Raum. Das ist wie silly, vollkommen ausgenockt. Ich hätte nicht erwartet, dass Aiden so gut ist. Immerhin ist er erst in der vierten. Tarsuin schloss leise die Tür hinter sich und ging dann selbst zu dem Durmstrang. Es muss ja nicht Aiden allein gewesen sein, vermutete Tarsuin. Auch er fand es unwahrscheinlich, dass Aiden aufgrund seiner Fähigkeiten gesiegt haben konnte. Gut, der Junge kam mit der neuen, gestohlenen Zauberkraft deutlich besser klar, aber er war trotz allem drei bis vier Jahre jünger. Außerdem hatte Durmstrang, genau wie Bobaton, nur seine Besten geschickt und zumindest die aus Durmstrang schienen das Duellieren gewöhnt zu sein. Du meinst, dass Regina und Aiden hier eine abgekaterte Sache durchgezogen haben? Warum nicht? zuckte Tarsuin die Schultern. Es wäre gar nicht so dumm und doch gemein genug für die beiden. Aber warum? Und gibt es nicht Probleme, wenn Vasili aufwacht und merkt, dass er reingelegt wurde? Obwohl. Winona machte eine nachdenkliche Pause. Würde er das gerne zugeben? Wir könnten ihr in die Suppe spucken und ihn wecken, schlug Tarsuin vor. Und wie erklären wir, dass wir hier sind? Wir können es ja mit einem Zauber vor der Tür ausmachen und eher er klar im Kopf sind wir weg. Und wenn er Alarm schlägt, macht er das Schiff dicht. Nee, wir suchen jetzt Regina und schauen, was sie hier eigentlich will. Okay, gab Tarsuin nach. Ihm war nicht ganz wohl dabei, den Durmstrang hier einfach so liegen zu lassen, aber im Grunde hatte der sich ja das selbst so zu schreiben. Lass dich nie wieder mit jemandem wie Kosloff ein Kumpel. Sie verließen den Duellraum und schlichen weiter durch das zweite Unterdeck. Sie fanden ein leeres Studiezimmer, eine kleine Küche mit fünf schnarchenden Hauselfen und eine gut ausgestattete Bibliothek, deren Bücher aber größtenteils ganz andere Schriftzeichen nutzten, als Tarsuin oder Winona sie kannten. Nur ein paar Standardwerke wie zum Beispiel die Geschichte Hogwarts waren auf Englisch. Hm, hier unten sind sie nicht, sagte Winona am Ende. Verflucht, ich wollte eigentlich die Kapitäns und Offizierskajüten auslassen. Jetzt müssen wir doch dahin. Es ist nie der einfache Weg, maulte sich Tarsuin. Ich würde Kakarov heute lieber meiden. So wie er in Stimmung war, kann es passieren, dass er erst zaubert und dann Nachfragen stellt. Er wird schon nicht übertreiben, sagte Winona und schien sich selbst davon überzeugen zu wollen. Immerhin muss er ja mit den eigenen Schülern rechnen. Hoffentlich spielt das bei ihm auch eine Rolle, meinte Tarsuin zynisch. Nun sei keine Angst, Tarsuin. Müssen wir halt nach oben, wir waren schon an schlimmeren Orten. Ja, aber ich war da nie gerne, gab er zu bedenken. Ach komm schon, unser Ausflug in die Archive hat dir doch Spaß gemacht, oder? Gut, vielleicht nicht jeder Ausflug. Na siehst du, du bist heute aber auch wieder borstig, neckte Winona. Komm schon, das wird sicher spannend. Eigentlich hatte Tarsuin sich nur amüsieren und Winona einen schönen Abend beim Ball machen wollen. Jetzt musste er langsam einsehen, dass das Mädchen mehr Spaß daran hatte, ihre neugierige Nase in die Angelegenheit von potenziellen Verbrechern zu stecken. Sie schlichten also leise zurück und wieder nach oben, in den hinteren Teil des Schiffes, welches Winona als Achterkastell bezeichnete. Es gab hier nur drei einzelne Türen, die alle mit verzierten Messingbeschlägen geschmückt waren. Nur hinter einer war etwas zu hören. Der Geruch nach Alkohol drang durch den Türspalt und die undeutlichen Worte des Durmstrangdirektors. Viel verstand Tarsuin nicht, denn er sprach jetzt anscheinend seine Muttersprache. Einige Worte waren jedoch deutlich, meist waren es Namen wie Snape, Dumbledore, Moody, Azkaban. Aber ab und an auch Gott, Krieg oder Ministerium. Was immer Kakaroff in den Suft trieb, schien ziemlich ernst zu sein. Da sind sie sicher nicht, flüsterte Winona. Tiki ist anderer Meinung, entgegnete er. Bist du sicher? Ich nicht, aber sie. Warum sollten die ihn so einen Quatsch machen? Vielleicht hat Kakaroffs Rückkehr sie überrascht und sie haben sich irgendwo im Raum versteckt. Nein, ich meinte, warum sollten sie ihn überhaupt da rein wollen? Naja, laut Teresa sucht sie irgendwas in Büchern. Vielleicht hoffte sie es hier zu finden. Was ist so wertvoll, dass man da so ein Risiko eingeht? Das passt gar nicht zu ihr, sie ist doch eher feige. Nicht nur wir werden erwachsen, gab Tarsyn zu bedenken. Sie schwiegen wieder und lauschten nur noch. Kakaroff schien sich immer mehr über den temporären Jordan anzuschieben. Seine Worte wurden undeutlicher, bis sie irgendwann in Gebrabbel übergingen und schließlich ganz verstummten. Es hatte etwas sehr ernüchterndes, diesen Übergang bei einer sogenannten Respektsperson mitzuerleben. Ob Professor Dumbledore sich auch ab und an die Kante gab? Er ist eingeschlafen, hörte Tarsyn Aiden flüstern. Schnapp dir das Buch und dann raus hier. Ich sage es dir nochmal, wir können es nicht stehlen, das fällt auf, antwortete Regina genervt. Aber wenn er aufwacht, sei nicht so ein Baby, sagte Regina richtig verletzend und dann recht laut. Somnus. So, und jetzt zufrieden? Du hättest ja auch bei Vasily bleiben können. Ich habe versprochen, dich zu beschützen, sagte Aiden kleinlaut. Dann kippt Direktor Kakaroff noch was von seinem Wodka in den Hals, damit er morgen ganz sicher nicht mehr weiß, was er gemacht hat und was nicht. Wenn ihm dann ein paar verschobene Sachen auffallen, denkt er sicher, er war es selbst. Was suchst du eigentlich? fragte Aiden. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich finde es schon. Pass einfach auf oder besser, geh zum Fenster und schau, ob irgendwer zum Schiff kommt. Ich brauche hier noch mehr Zeit. Duplika. Wir sollten Regina bestehlen, blüsterte Winona, nur um zu sehen, was es ist. Du weißt genau, dass du da mit Teresa reinreißen würdest, gab Tarsin zu bedenken. Natürlich, wer sonst von uns kommt denn an ihre persönlichen Sachen ran? Das wird sie nicht machen. Das bleibt abzuwarten. Der Ansicht, ich hab's, verkündete Regina plötzlich. Lass uns aufräumen und dann abhauen. Das war unser Stichwort, flüsterte Winona und sie zogen sich schnell zurück. Tiki jedoch blieb. Eine Treppe hinunter, dann durch die Tür aufs Mitteldeck und Tarsin wollte schon zur Gangway, doch seine Freundin hielt ihn zurück. Nicht, wir würden es wahrscheinlich nicht umgesehen bis zur nächsten Deckung schaffen. Sie führte Tarsin zum Bug, eine steile Treppe hinauf aufs Vorderdeck und dann versteckten sie sich. Doch Regina und Aiden kamen zunächst nicht. Wo bei Merlinsbad bleiben die denn? flüsterte Winona. Wir könnten schon längst weg sein. Aber dann hätten sie uns vielleicht aus dem Fenster gesehen oder unsere Spuren im Schnee, sagte Tarsuin. Nicht, wenn wir wieder den Hinweg genommen hätten, aber egal. Sie mussten noch fünf Minuten warten, ehe endlich etwas geschah und eine Tür direkt unter dem Vorderdeck sich öffnete. Ich muss zugeben, du bist gut und ein fairer Gewinner, sagte die Stimme von Vasili, der ein wenig mitgenommen und übermüdet klang. Ich hab deinen Fluch nicht mal kommen sehen, so schnell war er. Ich war auch noch nie so motiviert, sagte Aiden und Tarsuin hörte so etwas wie Scham. Das hab ich bemerkt, entgegnete Vasili. Du darfst also mit Regina zum Ball. Sagt mal, merkt ihr es noch, fauchte Kostlauf, dass ihr euch die Leer habt, war eine Sache. Ich bin doch nicht der Preis eurer Macho-Spielchen. Vasili, ich hab deine Einladung angenommen. Es tut mir leid, Regina, und er brach der Durmstrang mit schleppender Strimme. Ich fühle mich nicht sonderlich wohl und ich fürchte, ich könnte mich noch einmal, wie sagt ihr hier in Britannien, to beug, das möchte ich dir nicht antun. Du bist so süß, sagte Regina und Tarsuin hörte einen Kuss der harmlosen Sorte. Gute Nacht und danke für den Abend. Dank Merton wusste Tarsuin, dass dies eher eine höfliche Gingso-Verabschiedung war und dann mit dem Konkurrenten davon zu ziehen, war bestimmt auch schlechter Stil. Trotz gegenteiliger Versicherung seitens Kosloffs und der Erlaubnis von Vasili, da war sich Tarsuin ganz sicher. Ich lasse euch noch über die Gangway, sagte Vasili und Tarsuin spürte, wie Winona sich halb aufrichtete. Ein Passwort konnte Tarsuin nicht hören. Gesten, murmelte Winona ganz dicht an seinem Ohr. Wenig später waren Kosloff und Aiden verschwunden und Vasili wieder im Schiff. Mann, ist Regina durchtrieben worden, sagte Winona leise. Dass sie den Durmstrang geweckt haben, war clever. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, wie lange er geschlafen hat. Und sie haben ihm noch einen leichten Übelkeitsfluch reingedreht, vermutete Tarsuin. Denkbar, wobei ich es witzig finde, dass du nicht Kotzfluch sagst. Nicht, solange der Weihnachtsmann noch in der Nähe ist, lächelte er. Na egal, denkst du, wir drei könnten dann... Wo ist Tiki? Sie wollte sich bei Kakaros im Zimmer umsehen, zuckte Tarsuin die Schultern. Du weißt ja, wie sie ist. Und wie kommt sie da wieder raus? Keine Ahnung, sie wollte, dass wir abhauen und die Erwachsene mal machen lassen oder so ähnlich. Wie schmeichelnd, hoffentlich passiert dir nichts. Ja, murmelte Tarsuin und machte sich seltsamerweise kaum Sorgen. Was ihn mehr störte, war, dass Tiki gemeint hatte, dass sie es in der Kutsche hübscher gefunden hatte. Er war der Ansicht, sie hätte ihn ruhig mitnehmen können. Doch dazu konnte er sie später befragen. Im Moment war es wichtiger, ungesehen und ohne Alarm von Bord zu kommen, was ihnen auch gelang. Sie schlugen den großen Bogen, erreichten die magische Grotte, Winona entzauberte ihre Kleidung und stockte. Was ist? fragte Tarsuin. Moody. Und? Er zeigt an, dass wir ihm folgen sollen und macht ein ziemlich ernstes Gesicht. Denkst du, er weiß, was wir eben angestellt haben? Bei seinem Auge, was denkst du denn? Dass es auch Grenzen haben muss? Finden wir es heraus. Also nur zugeben, was er weiß, okay? Okay. Wie für zwei ertappte Sünder angebracht, tappten sie Professor Moody hinterher. Er führte sie in einen Klassenraum auf der untersten Ebene. Mach die Tür zu, befall er dann ärgerlich. Sie taten es. Euch macht es also Spaß, die Hoheitsrechte einer anderen Schule zu verletzen, internationale Verstimmung zu riskieren und euch in Todesgefahr zu begeben? Nein, Sir, murmelten Winona und Hasen wie aus deinem Munde. Ihr denkt wohl, ich übertreibe? Ihr denkt, der alte Sack hat sie nicht mehr alle? Von Todesgefahr und von sowas zu reden? Ihr denkt, ich bin paranoid, nicht wahr? Diesmal hielten sie lieber die Klappe. Habt wahrscheinlich recht damit, fuhr Moody fort. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Die Gefahr ist da und Kakarov ist kein Mann der Nachsicht. Vor allem, wenn es sich über irgendetwas aufregt. Was soll er schon machen? wagte Winona einzuwenden. Totesser haben da ihre eigenen Mittel und Wege, fuhr Moody sie an. Auch wenn sie Ex-Totesser sind, vergessen sie deshalb nicht ihre alten Tricks. Ex-Totesser, stammelte Winona und schien nachdringlich, Angst zu bekommen. Wurde begnadigt, entgegnete Moody leicht hin, hat dafür einen Haufen seiner Kollegen ans Messer und nach Azkaban geliefert. Trotzdem ist er alles andere als ein netter Mensch. Wir wollten doch nur sehen, wie das Duell zwischen Vasili und Aiden ausgeht, sagte Winona verschüchtert. Mehr nicht, verzweifelte Moody und aus dieser Frage schloss Tarsuin, dass er nicht durch die Schiffswände sehen konnte. So, wenn ich was gehört, McNamara? Nicht viel, gestand Tarsuin. Professor Kakarov hat in einer anderen Sprache gesprochen. Und was war das, wenige, was du verstanden hast? fragte Moody nach. Ich glaube, er fürchtet jemanden, der zurück nach England kommt, fasste Tarsuin die kurzen Wortfesten zusammen. Wer? Hat er nicht erwähnt. Hat er vielleicht mich erwähnt? Kann sein, ich glaube schon. Mehrfach? Nein. Das ist aber ärgerlich. Professor Moody schien diese Missachtung seiner Gefährlichkeit ein wenig übel zu nehmen. Er hätte doch ehrlich gehofft, er würde sich verkriechen, weil ich hier bin. Sagten sie nicht, man solle seine möglichen Feinde immer im Auge behalten? fragte Winona und konnte nicht ganz die Ironie aus ihrer Stimme verbannen. Wie geht das, wenn er nicht mehr hier ist? Hey, du hast aufgepasst, Darkload. Der Professor schien ehrlich erfreut. Und ich möchte, dass ihr das auch weiterhin tut. Aber trotzdem werdet ihr euch von Kakarov und dem Schiff fernhalten, damit das klar ist. Ihr habt da nichts zu suchen, ich hingegen schon. Tarsuin verstand nicht. Winona begriff schneller. Einfach an der Gang eine Öffnungsruhne mit dem Zauberstab zeichnen und bei der steuerbortigen seitigen Hecktür dieses Wort, das sie nicht aussprechen kann, erklärte sie. Aber unser junger Tarsuin hier wird, oder nicht? sagte Moody, was ja keine geistige Meisterleistung angesichts der Tatsache ihrer erfolgreichen Benutzung der Tür war. Hürden auf Schnee, sagte Tarsuin widerstrebend und fühlte einen Anflug von Unwohlsein. Was wollen Sie damit, Professor? Ist es denn nicht auch für Sie illegal, dort einzubrechen? Nun sagen wir es so, McNamara. Sollte es nötig werden, Kakarov zu finden, wäre es gut, seine Geheimnisse zu wissen, bevor er unheil anrichtet oder sich versteckt. Er hat sich schon einmal als guter Verräter für das Ministerium erwiesen. Er kann es wieder tun. Ich liebe den Verrat, aber ich hasse den Verräter, sagte Tarsuin unangenehm berührt. Julius Cäsar, meinte Moody sofort. Schlauer Mann, nur nicht wachsam, genug für meinen Geschmack. Kann man wohl sagen, kicherte Winona. Oh, dafür konnte er wohl nichts, sagte Moody und lachte nun auch. War schon die stille Klinge notwendig, um seine Sicherungszauber zu umgehen. Die was? fragte Tarsuin und war sich bewusst, dass er viel zu überrascht für seine simple Nachfrage klang. Die stille Klinge, erklärte Moody im Plauderton. Gedacht, um Zauberer zu ermorden, aber das ist keine Geschichte für einen Weihnachtsabend. Ich würde es trotzdem gerne hören, sagte Tarsuin. Nicht heute, beharrte Professor Moody. Heute ist ein Tag für Freude und Vergnügen. Es wäre aber weder Ihnen noch uns ein Vergnügen, wenn Sie uns Punkte abziehen oder uns bestrafen, sagte Winona hinterhältig. Woher willst du wissen, dass es für mich kein Vergnügen wäre, fragte Moody amüsiert. Weil Sie weder Professor Snape sind noch daran interessiert, dass jemand von unserem Ausflug erfährt. Schließlich würde Professor Kakaroff sicher die Passwörter und Passgesten verändern, wenn es bekannt wird. Verschlagenes Mädchen, urteilte Moody und flang beeindruckt. Also gut, ihr kommt davon, wenn ihr den Mund haltet, vorerst zumindest. Sie werden es nicht bereuen, versprach Winona fröhlich. Das hoffe ich doch inständig, sagte Moody wieder ernster. Und nun haut ab, bevor ich es mir anders überlege. Amüsiert euch noch etwas. Das taten Tarsuin Winona dann auch. Das Mädchen war nach dem Ausflug viel aufgedrehter, fröhlicher und um Längen lockerer als vorher. Sie tanzten wild, erzählten einander und anderen Witze, machten bei kurzen Partyspielen mit und hatten gar keine Probleme, wenn die Musik mal langsamer wurde. Einziger Wermutstropfen war, dass zu schnell Schluss war. Natürlich hatten sie gut eine Stunde verloren, aber als die Schwestern des Schicksals um Mitternacht die Bühne räumten, war es nach ihrem Gefühl noch viel zu früh. Außerdem brachte es ihn wieder in einer Situation näher, die er am liebsten auf ewig verschoben hätte. So war es kein Wunder, dass er das Raufgehen zum Turm so gut verzögerte, wie er nur konnte. Wenigstens wollte er, dass sie dann allein waren. Und dafür standen die Chancen gar nicht so schlecht. Denn diejenigen, die müde oder allein waren, hatten sie schon in ihre Betten verzogen. Während viele die Zeit anderweitig nutzten, in jeder stillen Ecke des Schlosses schien es knutschendes und oder liebevoll flüsterndes Pärchen zu geben. Das zu hören half nicht und auch nicht, dass Tiki sich anderswo vergnügte, fand er jetzt nicht mehr so gut. Als sie dann die Gemeinschaftsräume erreichten, waren diese leer und Tarsyn fragte sich plötzlich, warum er sich dies gewünscht hatte. Schon seit er mit Winona Hand in Hand den Turm hinaufgegangen war, hatte sie bis auf das Passwort kein einziges Wort mehr gesprochen. Trotzdem war er sich bewusst, dass sie noch etwas erwartete. Er brachte sie bis zur Tür ihres Schlafraums. Wie Merton es ihm vorhergesagt hatte, ging sie einfach nicht hinein, sondern drehte sich ihm zu, ohne dabei seine Hand loszulassen. Das war ein ganz toller Abend, sagte sie leise und in ihrer Stimme schien sich eine Erkältung anzukündigen, so rau war sie. Das finde ich auch, gab er sich Mühe zu lächeln. Ich bin sehr froh, dass du mich dazu eingeladen hast. Und es war zusätzlich noch aufregend, fügte sie hinzu. Sehr, gab er ihr wieder recht und fragte sich, warum dann aber jetzt sein Puls viel höher schlug als am ganzen Abend zuvor. Wir sollten das mal wieder wiederholen. Ja. In den Ferien vielleicht, schlug Winona vor. Das lässt sich sicher einrichten, sagte Tarsuin und dachte überhaupt nicht so weit in die Zukunft. Seine freie Hand fing an zu zittern und er musste all seinen Mut zusammennehmen. Es war doch ganz einfach und es gehörte zum Verabschieden beim Ball. Sogar Kosloff hatte das gewusst. Augen zu, Mund halb auf, Zunge vor, Kopf entgegen und auf sie wart. Was hast du vor, Tarsuin? fragte Winona und wich er einen halben Schritt zurück. Du siehst aus wie ein Pekineser auf Speed. Tarsuin machte all seine Bemühungen sofort rückgängig und spürte, wie nur nicht nur sein Herz heftig Blut pumpte, sondern dieses auch bevorzugt im Kopf landete. Am liebsten wäre er weggerannt, aber dafür schien sich momentan die Welt zu heftig zu drehen und außerdem hielt Winona immer noch seine Hand fest. Wolltest du mich etwa so küssen? fragte sie lachend. Ja, rutschte es Tarsuin ärgerlich heraus. Musste sie denn unbedingt lachen? Wie kommst du denn darauf, dass das so geht? fragte sie endlich ein wenig ernster. Merton hat mir geholfen, gestand Tarsuin kleinlaut. Mit dem Geschenk, den Blumen, was ich sagen darf, dass ich dich küssen soll, wenn mir der Abend gefallen hat. Hat er auch gesagt, dass du mich so küssen sollst? fragte sie und lachte schon wieder. Ja, entgegnete Tarsuin böse. Hat er wirklich? war Winona ein wenig verblüfft. Ja, aber dass du dabei so aussehen sollst? Genau, das hat er gesagt. Wenn ich den Abend toll fand und es dir beweisen will, dann muss ich, ähm, nun ja, du weißt schon. Nein, was? Mit Zunge, murmelte er unverständlich. Mit Zunge, übersetzte sie laut und richtig und jetzt war sie nicht mehr amüsiert. Und dann hat er dir gesagt, wie du das machen musst. Ja, gestand Tarsuin kleinlaut. Dieser fiese kleine Penner, schimpfte Winona nun. Das sieht ihm ähnlich. Was denn? fragte er verwirrt. Es war ja schön, dass sie nicht mehr lachte und auch sein Puls hatte sich wieder beruhigt, aber warum war sie jetzt sauer? Der Mistkerl hat dich auslaufen lassen, erklärte Winona wütend. Erst hat er dir bis zum Schluss geholfen und dir dann den größten Mist aufgetischt, weil du es bei niemandem abschauen kannst. Das ist gemein, hinterhältig. Du hast gelacht, sagte Tarsuin und plötzlich war er es, der lächelte. Oh, keine Sorge, er würde das Merton heimzahlen, aber trotzdem war er dem Jungen für die anderen Tipps dankbar und hätte es jemanden getroffen, hätte Tarsuin die Idee auch witzig gefunden. Ja, hab ich, gestand Winona und nun klang sie verlegen. Aber ich wollte dich nicht verletzen. Schon gut, beruhigte Tarsuin und entspannte sich immer mehr. Wirst du mir auch bei einem Kuss auf die Wange abnehmen, dass der Abend mit dir für mich richtig toll war? Ja, sagte sie und dann tat er, was er eben angekündigt hatte. Sie half ihm ein wenig beim Treffen, indem sie den Kopf leicht zur Seite drehte und er so die Wange auch erwischte. Das war gar nicht schlimm, dachte er dabei. Gute Nacht, sagte er und lächelte breit. Gute Nacht, sagte auch Winona. Zum ersten Mal seit langer Zeit musste Tarsuin sich in Hogwarts durch einen Raum testen, da er seinen anderen Sinnen nicht mehr vertrauen konnte. Er erreichte seine Tür. Warte, Tarsuin, rief Winona und kam angelaufen. Für die kurze Strecke atmete sie erstaunlich. schwer. Möchtest du, sagte sie halb verschluckt, möchtest du wissen, wie man es richtig macht? Was? Tarsuin etwas begriffstutzig. Das Küs, Küs, möchtest du? Alles nur das nicht, war sein erster Gedanke, sagt das bloß nicht, sein zweiter. Und was machte sein Gefühl? Er ließ seinen Kopf nicken. Hast du denn selbst schon mal? fragte er und stückte allein bei diesem Satz zweimal. Ich habe es oft gesehen, gestand sie ein, aber ich weiß, wie es geht. Naja, unter dem Blinden war die sehende Königin. Und da war es wieder, dieses verdammte Herzklopfen, dass man dachte, die Wölte würde nur noch daraus bestehen. Sein Mund war ganz trocken. Als plötzlich zwei weiche Lippen die Seien berührten, zuckte er unwillkürlich zurück. Entschuldigung, sagte er, war unerwartet. Sie lachte nervös. Schon okay. Reiß dich zusammen, Tarsuin, sagte er sich. Nicht verkrampfen, das ist nichts, vor dem man Angst haben muss. Ignoriere einfach den Gedanken an fremde Spucke in deinem Mund mit unzähligen Viren und Bakterien darin. Sei ein Mann oder irgendetwas ähnliches. Das Tanzen und die Musik haben dir doch wider Erwarten auch Spaß gemacht. Angenehmerweise hatte Winona auch etwas gelernt. Bevor sie ihn mit ihren so erschreckenden Lippen überraschte, berührten ihre Fingerspitzen seine Wange und warnten ihn so vor. So zuckte er diesmal nicht zurück und stellte nur fest, wie seltsam es war, jemanden so nah zu spüren. Ihr Atem strich durch ihre Nase auf sein Gesicht, ihre Lippen waren weich, gar nicht so nass wie erwartet und schmeckten ein wenig nach Butterbier. Es war recht angenehm, wobei gar nicht so die Berührung im Vordergrund stand, sondern eher das Gefühl des Vertrauens, der Nähe und der gleichzeitigen absoluten Ratlosigkeit. Inzwischen umarmte sie ihn so eng wie bei den langsamen Tänzen auf dem Ball und ihre Lippen bewegten sich auf den Sein und dann fühlte er ihre Zungenspitze. Diesmal zog er nicht zurück. Neugierde hatte ihn ergriffen und seine Hände legten sich wie von selbst um ihre Hüften, während er ganz vorsichtig den Mund öffnete und ihrem Vorbild folgte. Es war auf der einen Seite ziemlich eklig und andererseits sehr interessant und ein wenig berauschend. Aus diesem Grund war er völlig hin- und hergerissen, als sie ihn wieder frei atmen ließ. Froh, dass es vorbei war und traurig, weil er so eine Nähe noch nie gespürt hatte. Fast wie bei Rika, nur irgendwie völlig anders, so als müsse man vorher eine Grenze überwinden, die bei der eigenen Schwester gar nicht da war. Was für ein Quatsch, schallte er sich selbst. Er suchte nach Worten, doch er fand keine passenden. Gute Nacht, blüsterte Winona, dann gingen sie, ohne noch etwas zu sagen, in ihren Schlafsaal. Eine halbe Stunde später lag er in seinem Bett und obwohl er hundemüde war und ihm die Füße wehtaten, die ungewohnten und nagelneuen Schuhe hatten Blasen gescheuert, konnte er nicht schlafen. Ein Beobachter hätte wahrscheinlich gesagt, er würde gedankenverloren die Decke anstarren, aber das stimmte so nicht. Ja, er starrte etwas an, aber das waren zwei Erinnerungen, die gleichzeitig als Scheiben auf seiner Stirn lagen. Ein Mädchen im Ballkleid drehte sich in der Luft vor einem nächtlichen Hogwarts. Es war der plastischste und schönste Wachtraum, den er je hatte und doch spürte er, dass etwas nicht stimmte. Er wusste nur nicht, was es war und woran es lag. Sicherlich war er selbst der Grund und danach schuld.